Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin wieder live auf Twitch und wir spielen heute die Black Widow Challenge mit Chloe. Der Chat ist auch wieder da und deswegen bin ich hier am Reden. Ihr seht die Alerts und so weiter. Es ist am Cut, außer ich gehe mal auf Toilette. Das schneide ich raus, damit ihr nicht warten müsst. Und ja, letztes Mal war es einfach der Hammer. Ich habe es geliebt. Wir haben Vampirkämpfe gehabt, wir haben neue Vampire von euch kennengelernt. Wir haben einen von vielen Wohnwagen platziert und uns den schon mal angeguckt, weil leider mit dem Hashtag was nicht funktioniert hat. Und ja, also ich bin absolut begeistert. Wir wurden zum Vampir. Es war einfach, es war ein Fest. Ich habe die letzte Folge geliebt. Wenn ihr auch gerne mal dabei sein wollt, live auf Twitch, dann folgt mir da gerne. Da heiße ich Safarina. Ich bin immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 20.30 Uhr und Freitag und Sonntag um 15 Uhr live. Und dann könnt ihr gerne live dabei sein und mitbestimmen. Und dann würde ich sagen, Leute, wir gehen rein. Und damit sage ich, let's go! Ja! Trümmer! Gestern wollte ich noch sagen, was ich habe, dann wurde ich aber schon operiert. Oh, stimmt, Matze! Matze! Ich habe erst im Oktober, ich bin eifersüchtig auf die, die früh, ja, Geburtstag... Aber dann hast du doch... Hallo, YouTube! Ja, und was hast du? Gubbel, Gubbel! Gubbel, 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 Gubbel! Hallo! Steht unten im Panel, Lena, wie ich auf den Namen Safrina gekommen bin. Sehr detailliert sogar. Lili, hallo, hallo! Wie geht es dir? Ich habe schon so lange nichts mehr von dir gehört! Oh, wartet, also bevor wir jetzt irgendwas platzieren, müssen wir ganz kurz gucken, dass es, ähm... Nachtwurz? Dankeschön, Alter, dankeschön! Sonnenblümchen, Hallöchen! Du bist ja auch da! Hallo, Mausi! Wie geht es so weit? Ganz gut, und dir auch, auch, auch. Ja, ja. Also, es ist mitten am Tag. Ist die Maus jetzt, äh... Wieso wollte ich sagen, ist die Maus telefonieren gewesen? Arbeiten gewesen? Ja, 16 Stunden bist du arm alt. Herummaschieren nicht begonnen. Hm. Okay, also, mhm, das ist jetzt unser toller Wohnwagen. Bis jetzt den hat Dan gebaut. Wir haben ihn letztes Mal auch schon ein bisschen eingerichtet. Ich würde sagen, ich speichere ihn jetzt einfach so, wie er ist in der Galerie. Okay, also, ich sollte im März 2002 geboren werden, aber meine Ma hatte im Dezember schon wehen und ich... Und die dachten, ich komme am 29.12., aber abends waren meine Herztöne dann weg. Oh, weil ich die Nabelschnur um den Hals hatte. Katastrophe! Jetzt bin ich im Krankenhaus. Ich habe eine eklige Fistel und darf jetzt nichts außer Suppe essen. Eine Fistel, oh no! Ja, verstehe ich. Eklig. Ähm, ich habe letztes Mal, weil ich einfach, äh, ein wenig dumm bin, schon unsere Sachen, die uns gehören, hier rein platziert, obwohl wir, ähm, ja, eventuell noch... Oh, warte, passt auf. Ich mache es so. Ich speichere den... Kann ich den kompletten? Ähm, ja, ich speichere den so, wie er ist. Ja, und ich packe ihn jetzt aber trotzdem mal die Sachen hier noch rein, falls, falls es so ist, dass wir, ähm, die nicht platzieren können oder so. Wenn doch, dann verkaufen wir die einfach und das überschüssige Geld, ähm, machen wir dann halt wieder weg. Ist ja alles kein Stressli. Äh, Problemscheune. Haben wir irgendwelche wichtigen Sachen oder so hier im Bücherregal? Ich glaube nicht, ne? Ne, okay. Die ist ja egal, das können wir ja neu kaufen. Aber, aber, ähm, Ferdirat brauchen wir. So, dann würde ich sagen, wir gucken uns die Wohnwägen an. Ich bin dann mit 43 cm und zwar knapp. Oh mein Gott, du hast so ein kleines Baby. So mit, bisschen klein. Katastrophe, Mausi. Ich war letzte Woche nach Jahren wieder mit einer, mit der ganzen Family im Urlaub, hatte deshalb leider keine Zeit, weil bei den Streams vorbeischauen. Ach, das ist doch ein mega Grund. Lilly, du brauchst dich doch nicht entschuldigen. Ich freue mich umso mehr, dass du da bist. Also jetzt habe ich sie nicht mehr, aber sie musste meinen Schließmuskel durchtrennen. Oh mein Gott, hört sich das gruselig an. Ich bin verstört, oh mein Gott. Und jetzt? Was ist jetzt? Ist es auch. Meine Schwester war auch ein krasses Früh in drei Monaten, da ist sie zu früh gekommen und musste fast ein Jahr noch im Brutkasten liegen. Boah. Karina, Wohnwagen. Da, seht ihr jetzt? Jetzt weiß ich doch, ne? Also wir haben einmal den schönen von, von Dan. Den haben wir ja schon aufgestellt. Wohnwagen überarbeitet ist der von Paulina. Klingt brutal. Jetzt ist sie sogar größer als ich. Da siehst du. Mein Bruder ist elf Tage zu früh geboren. Solange es gut geht, ist auch alles in Ordnung. Aber es kann schon richtig gefährlich sein. Oh mein Gott. Wir machen Brutkästen Angst. Warum? Wir fangen an mit Selina. Selina hat den nämlich schon ganz lange vorgebaut. Deswegen fangen wir auch an mit Selinas. Ich weiß gar nicht, ob sie kommt. Ja, es verheilt gut. Aber wir fangen jetzt trotzdem an. Ein Oldschool-Wohnwagen, der nur auf ein Makeover gewartet hat. Viel Spaß damit. Oh, wie süß. Sehr süß. Okay. Wir fangen an mit diesem Wohnwagen. Ich hoffe, es geht jetzt. Warum Brotkasten? Katastrophe. Ich hoffe nicht, dass du die Kinder in Brotkästen tust. Ich bin jetzt direkt am Entbindungstermin gekommen. War allerdings auch ein Kaiserschnitt. Oh, wie süß. Das Grundstück ist mega gut genutzt worden. Wowie. Ich liebe es. Also, bei mir war es so, dass meine Mutter ins Krankenhaus gekommen ist. Und ihre Fruchtblase ist schon geplatzt und so. Und als sie mit mir schwanger war und die Ärzte meinten, haben sie so angeguckt und haben gesagt, ne, sie sind noch nicht so weit. Gehen sie wieder nach Hause und sie so, hallo. Hallo. Weil sie so einen kleinen Bauch hatte. Ja, aber dann haben sie sich doch Gott sei Dank um meine Mutter gebeten. Mega schön geworden. Ich meine, guckt mal, wie süß. Auch zum Angeln und so. Selina macht immer so viele Details. Ich liebe das. Ich liebe das. Wow, ja. Ich kam eine Woche später als geplant. Ja, auch okay. So, dann schlüpfen wir mal. Sie hat auch die Fenster benutzt. Süß. Süß. Wie schön. Voll. Janine war ein Winzling. Bin ich immer noch. Bin ich immer noch. Katastrophe. Also hier kommt mal rein. Wir haben hier direkt das Bett von Buddy. Das ist ja auch cool so, weil der... Wie groß bist du denn? Mh. Ich bin ganze 1,58 groß, Sophia. Oh, wie cool. Dann haben wir hier das Bett. Was zu essen. Einfach ganz chili-mili. Richtig cool. Einfach nur das Nötigste sozusagen. Ich, die eigentlich am 27. Geboren werden sollte, aber dann doch länger drin geblieben bin. Ich hoffe, falls ich einmal schwanger bin, bekommt mein Kind nicht in den Brutgast. Die Cousine von meiner Mutter ist wieder schwanger und das Kind soll genau zu meinem Geburtstag kommen. Oh, ha, hätte ich nie gedacht, dass ich größer bin als du. Das ist ja kleiner als ich. Haha, du Zwerg. Tja, dafür kann ich in der Badewanne entspannen und mich ausstrecken, ohne meine Füßchen anzuziehen. Ja, ja. Und auch auf unserem Mini-Sofa. Wir haben so ein kleines Sofa. Und mein Mann, der hat richtig Struggle dabei, ne? Aber ich... Da bist du größer als Ariana Grande. Ja, obwohl es die Grande im Namen hat, ne? Sind wir fast gleich groß. Ich bin erst 1,75. Erst! Meine Persön steht 1,58. Mittlerweile bin ich bestimmt ein paar Zentimeter größer. Ganz sicher. Lili, das habe ich mir auch immer eingeredet. Das hat mir auch immer eingeredet. Oh, das war jetzt gemein, Janine. Tja. Ich brauche meine Füße auch nicht einziehen. Dann bist du auch nur zwei Zentimeter größer oder so, Katastrophe. Gib's zu. Echt, das hätte ich nie gedacht. Hätte gedacht, du wärst größer. Aber ich bin auch nicht so groß. Auch nur 1,66. Ja, dafür so viel größer. Sophia. Ne, ich bin... Ich bin eine kleine Mausie, ja. Riri, hallo! Uns geht's gut. Wie geht's dir? Ich bin 1,70. Ja, ist doch auch gut. Ich war ein Riese als Kind, ja. Ich bin 1,69 und stolz drauf. Nein, ganze 6 Zentimeter. Boah, Katastrophe. Freche Nudel. Du freche Nudel. So, als nächstes kommt... Boah! Herzlich willkommen in der Wüste. Infinity Fan Emmy. Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für dein Follow. Hi, hallöchen. Da war ich 1,40. Wann warst du 1,40? Mein Freund ist 1,84 groß. Und ich finde, das ist der perfekte Größenunterschied. Mein Mann ist 1,90. Ja. Auch so süß geworden. Du hast aber zwei, ne? Ich wollte eigentlich anfangen zu streamen die Woche und jetzt bin ich im Krankenhaus. Oh, du Arme. Wie groß ist denn meine Paderwanne, bitte? Auch gut, danke. Ich bin 1,60. Ich wollte nur mitreden. Wie, wie, wie süß. Mein Bruder wird nächste Woche 5 und ist schon halb so groß wie ich. Oh mein Gott, wie cool. Es kommt ja eh nicht auf die Größe an, sondern auf die inneren Werte. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass du ein Winstling bist und dein Mann riesig. Ihr habt doch Hochzeitsfotos gesehen. Leute, ihr habt doch Hochzeits... Ich habe euch Hochzeitsfotos gezeigt. Wie? Ja? Oh, Paulina, die Idee ist ja mega. Wie süß. Guckt mal, wie süß. Wow. Haben wir? Ich habe Hochzeitsfotos gezeigt. Es gab sogar einen kompletten Hochzeitsstream. Aber da hast du nicht so klein gewirkt. Tja. Tja. Weißt du, die Sache ist nämlich die. Wir passen perfekt zusammen. Die Größe spielt da keine Rolle, ja? Hm. 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 Komm mal, jetzt überlege ich, ob ich in die Badewanne soll. Ein Secret dabei. Ich bin gespannt. Es sieht mega schön aus. Ich liebe es. Oh, es ist auch voll schön eingerichtet. Oh Gott. Guckt mal, Paulina will uns umbringen. Dieses Bett bringt doch... Ich muss gehen. Sorry, ich muss schlafen. Mach das, Matze. Schlaf gut und erhol dich. Was hast du jetzt aber süß gesagt? Tja, Selina, da schaust du, ne? Weiß auch nicht, woher das kam. Ich hoffe, er hat es nicht gehört. Wir haben die Latter. Da war ich noch Quark im Schaufenster als Zuschauerin. Was? Katastrophe? Guck, Paulina will uns umbringen. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Paulina. Voll die schöne Idee. Ich lieb's. Auch voll schön geworden. Richtig schön. Ich kischte Wasser für die Badewanne ein. Das macht das. Mein Bruder ist 1,75. Neben ihm fühle ich mich schon klein. Soll ich euch mal was sagen? Ich fand meinen Mann, als ich ihn kennengelernt habe, auch riesig. Weil alle meine Freunde sind kleiner. Ne, Chris? Die sind kleiner. Und dann war ich bei ihm gewesen über ein paar Tage. Bin dann zurückgekommen. Da habe ich dann mit meinen Freunden getroffen. Und dann fand ich, die waren alle so klein. Sorry, Chris. War nicht so gemeint. Mega süß. Mega süß. Voll schön, Paulina. Vielen Dank. Meine Eltern sind 1,74 und 1,76. Mein Bruder 1,02 und 1,76. Und dann komme ich. Ja. Nein, Chris ist nicht kleiner als ich. Doch. Chris ist so. Das ist Chris. Mir gibt es gar nichts. Das ist mein kleiner Fänger. Nein. Chris ist wesentlich kleiner als mein Mann. Und die sind kleiner als mein Mann im Vergleich. Und deswegen kamen sie mir halt so klein vor. Ich bin 1,55. Chris. Oh, Sonnenblümchen. Sonnenblümchen auch schon wieder so übertrieben. 1,55 breit. Oh mein Gott. Mein Vater sagt, ich bin kleiner, obwohl ich 1,75 bin. Oh, wie gemein. Meine Zwergenarmee. Wie süß. Nein, Chris ist nicht so klein. Meine Schwester ist jünger als ich und trotzdem größer. Und wir sind nur ein Jahr auseinander. Ja, siehste. Ja, meine Schwestern sind auch größer. Also zwei von ihnen sind größer. Eine ist kleiner. Ich habe ja drei. Warum ist der Sandhild so hell? Egal. Egal. Ich finde es mega schön. Hä, das passt einfach richtig gut hier rein. Oh mein Gott. Voll süß. Lieben wir... Sonnenblümchen, it's hot inside. Was ist denn da los? Holla. Du lässt mich nach dem Hallo. Was meinst du mit Katastrophe? Hä? Der Sand war auch im Zaun und nicht verschoben. Yay. Nach was für ein Hallo? Oh. Sonnenblümchen, es ist halt so cool. Es ist komplett anders. Aber es passt einfach so peck, so peckt, so peckt passt es. So perfekt zum Vampir. Ach, da willst du drauf hinaus. Katastrophe. Ich habe... Nee. Wenn du... Solche Dinge. Einfach so random. Weißt du? Meine Katze ist mega eh. Sie hat gerade in der Kloschüssel gebadet. Ich glaube nicht, dass sie da drin gebadet hat. Oder hat sie sich nicht einfach... Ist sie da nicht reingefallen? Es ist so schön. Du musst aufpassen, die können da trinken. Das ist richtig gefährlich, offene Toiletten. Es ist so schön. Es ist... Es ist so schön. Wunderschön. Hey, Liebes. Trulis. Oh, Süßi. Bin gespannt. Das ist egal gesagt. Ich habe es nur weitergeführt. Ja, ich habe es nicht verstanden. Katastrophe. In der Zwischenzeit sind so viele Dinge schon wieder durch meinen Kopf gegangen. Und so viele Nachrichten durch den Chat. Das war einfach... War einfach zu viel Zeit dazwischen. Hallo, meine Schnuckis. Bin jetzt wieder da. Bis jetzt in der Badewanne. Oh, das ist ja auch so süß. Der ist komplett anders. Oh, wie goldig. Och, ist der süß eingerichtet. Och, wie schön. Ich lasse gerade Wasser ein. Mein Freund... ...hat den Klo-Deckel offen gelassen. Oh, no. Wie süß. Trulis ist auch so mega schön. Und diese Idee ist ja mal... Guck mal, wie cool. Es ist... Nicht mal... Ah! Katastrophe, ne? Du bist so... Das ist so gemein. Jetzt geht das wieder nur aus meinem Herz. Mann. Katastrophe. Ich habe schöne Bitsounds, ja? Katastrophe, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Appreciate meine schönen Bitsounds, bitte. Nicht das. Nee. Jetzt geht das wieder los, mein Herz. Ich bin... Ich habe geschrien, ne? Ich habe geschrien, oder? Oh mein Gott. Ich habe geschrien, ne? Oh. 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 Bisschen erschrocken. Janine muss ich auf TikTok posten. Es ist ja nicht mehr nochmal. Ich muss es angucken. Wie schlimm ist es auf einer Skala von... Ich bin ja noch einfach so verwirrt. Er hat immer noch so... Schnappatmung. Oh mein Gott. Wir lieben es. Dann war gerade da und wollte sie sich neben mich legen. Und dann kommt das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Also. Ach so. Sie hat draufgeklickt. Klick. Und dann so. Sie hat nur drauf gewartet, ja? Sie ist so richtig frech. Sie ist richtig frech. Ich liebe Bettnischen. Die durfte nicht fehlen. Ich liebe das auch. Ich muss nach dem Baden Möbel shoppen. Linja, benutzt du die Möbel überhaupt? Du sagst jedes Mal, dass du shoppen gehst. Aber dann? Das. Oh Mann. Der ist einfach nur uneingerichtet. Naja, ganz genau. Ja, und dann haben wir den... Die Wände sehen so gut zusammen aus. Finde ich auch. Finde ich auch mega schön. Mega schön. Also. In welchem Pack gibt es die richtigen Wohnwagen? Ach so. Die sind auch nur gebaut. True List. Die sind auch nur gebaut. Die gibt es nicht so. Also. Wir machen eine Abstimmung. Chris, machst du eine Abstimmung? Oder Sonnenblümchen. Ihr könnt es gerne... Sonnenblümchen kannst du auch probieren. Und Chris unterstützt dich. Entschuldigung. Keine Drohung. Oh mein Gott. Nee. Was soll da rein? Ich schaffe das. Okay, also. Wir haben einmal diesen Wohnwagen. Wie nennen wir den? Ich benutze das. Ich habe nur zu wenig. Ich schaffe das. Gut. Wie nennen wir den Wohnwagen? Wie könnt ihr ihn euch merken? Du schreckst dich vor dir selbst. Brownie. 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 Waldwagen. Danke, Luisa. Genau das hätte ich jetzt auch gedacht. Der Waldwagen. Waldwagen von True List. Nummer 1. Dann haben wir... Ja. Ja. Blümchen ist Mott geworden. Oh mein Gott. Ich habe mir gedacht, ich habe es jetzt auf Instagram angesehen. Was ein Traum und ein wunderschönes Datum. Dankeschön, Riri. Ja, da sind wir auch zusammengekommen. Deswegen. Stelzi. Stelzi. Naja. Wie... Irgendwas mit Rosa. Nennen wir es Rosa Stelzi. Rosa Stelzi von Dan. Den kennt ihr ja schon. Den finde ich auch richtig schön. Den haben wir auch schon so überarbeitet, dass wir... Rosi. Ja, nehmen wir den Rosi. Rosi ist auch süß. Rosi. Rosi von Dan. Ich putze, ich koche, ich gehe zur Arbeit und mache den ab. Was schätze ich? Wenn ich einmal hinrufe, mein Freund. Warum bist du immer am Telefon? Oh, na toll. Soll ich den Englisch... Soll ich die Englischung jetzt noch machen? Oder nicht? Ich bin gerade hin und her gerissen. Nee, Selina. Selina, du machst jetzt nichts mehr. Du hast heute früh schon angefangen. Ich habe die Story gelesen und dachte mir, wie kann diese Frau nur so viel Motivation haben? Kann sie mir bitte ein Drittel davon abgeben? Ah, das macht es noch besser. Ja, da sind wir auch zusammengekommen, Riri. Hast du unten das Kommentar gelesen? Wie komme ich zu deinem Insta? Ausrufezeichen Socials. Tada! Da kommt ihr zu allem. Wie nennen wir die anderen? Irgendwie kommen... Mann, Selina, so eine Maschine jeden Tag, denke ich mir, das ist schlimm, oder? Schlimm, diese Frau. So, dann haben wir das von Dan. Dann kommen wir zu Sonnenblümchen. Es ist einfach... Du kannst meinen ja auch ein bisschen überarbeiten. Ja klar, wir überarbeiten sowieso so ein bisschen... Das nennen wir Perfektionismus. Motivation ist manchmal dabei. Ne, Perfektionismus ist was anderes. Ich bin perfektionistisch. Aber das, was du... Du bist einfach ein Arbeitstier. Einfach Disney, Prinzessin und Hautsalzkleid. Oh, Gottesdrufe, die Süßi. Ja, wie nennen wir den? Es ist einfach der sexy Strandwagen von Sonnenblümchen. Ich sag's euch. Sexy Strandwagen von Sonnenblümchen. Dat is er. Guckt mal, wie schön der Garten auch ist. Ich lieb's. Wirklich ein sehr schönes Datum. Freut mich. Sie hat sich im Bass. Dann heißt er sexy Strandwagen. Sehe ich auch so. Sexy Strandwagen. Sexy Strandwagen. Ich meine, guck mal. Es sieht schon sehr sexy hier drin aus. Aber es passt. Es ist so düster sexy. Wie halt sie... Ist so. Sexy Strandwagen. Ganz genau. Von Sonnenblümchen. Mein Freund und ich sind am 521. Zu seinbekommen. Würde ich als Hochzeitsdatum auch schön finden. Für später. Ja, siehst du? Bei uns auch. Nachdem wir... Nachdem zwei auch meine Glückszahl ist, haben wir uns dann dazu entschieden, da auch zu heiraten. Ja. Ja. Ja, und... Und dann ist es auch so, dass... Meine Schwieger, wenn man da voll süß darauf reagiert, hat sie gesagt, wenn man alle zwei zusammenzählt, da gibt es die Acht. Und die Acht bedeutet Unendlichkeit. Ist das nicht süß? Das ist so schön und passt einfach für immer und ewig. Ja. 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 Wehe, wenn nicht, ne? Ihr kommt alle, ihr kommt alle und ihr macht ihn kaputt, ne? Dass es klar ist. Wenn er irgendwas anstellt, kommt ja alle. Dann kommt die... Kommt die Desert Bunny Gang, ne? Dann hält sich die Bunnies auf ihn. Und der ist von Selina. Ich liebe den auch. Es ist so schön. Und der ist auch schon so ein bisschen... Er ist noch nicht so perfekt. Das ist eigentlich das, was ich mir vorgestellt habe, dass er noch nicht so perfekt ist, sondern wir auch was haben, wo wir dran arbeiten und so. Ich finde ihn auch so schön. Und auch ein richtiger Wohnwagen mit Haus... Also mit Auto und so. Einfach schön. Am 9.9.19 ist auch schön. Team Desert Bunnies. Yes! Wie nennen wir den? Waldwagen? Ne, Waldwagen haben wir schon. Komm, wir nennen ihn Ranzwagen, weil er innen drinnen so ein bisschen kaputt ist und so. Wir nennen ihn Ranzwagen und wenn wir an Lola zurückdenken, haben wir die Ranzbude einfach geliebt. Deswegen ist es der Ranzwagen von Selina. Er ist wunderschön, ja? Mali, hallöchen! Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Hi! Auch so süß, ne? Finde ich auch. Finde ich auch so schön gemacht. Mit dem Teich, der dahinter ist. Und dieser Feuerstelle. Fügt sie zusammen und mach was da raus. Bibidi-Babidi-Babidi-Babidi-Babidi-Babidi-Babidi-Aus. Hätte in 12 Tagen eigentlich Vierjähriges. Was heißt hier eigentlich? Ja, Sophia! Du hast ausgeschrieben. Ich liebe dich dafür. Ich liebe euch immer, wenn ihr das macht, ne? Es ist für mich immer wieder toll. Uh, Janine, musst dir gleich meinen Lieblingsalort raushauen. No, Lissi, wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich bin bei meinen Freunden am 16.12.21 zu bekommen. Und wir haben das Date sogar mitbekommen. Ich habe auf Insta das Date gesehen. Mhm, 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 mhm. Also offiziell hat keiner gefragt, aber wir haben das Datum festgelegt, weil wir da das erste Mal, ich liebe dich, gesagt haben. No. No, nee, sogar in sechs Tagen. Ja, und? Was heißt hier eigentlich? So, haben wir alle? Nee, Paulinas fehlt noch, oder? Haben wir Paulina? Paulina haben wir noch. Paulina haben wir es noch nicht gezeigt. Paulinas fehlt. Oh no. Eben. Meiner, ganz genau. Paulinas fehlt. Ranswagen klingt lustig. Ja. Das ist der Glaswagen. Ja, das ist ja wohl klar. Paulinas ist auch so schön eingerichtet. Und auch mit dem Glasdach. Ich liebe das Glasdach. Und auch das hier so, es ist richtig süß. Es ist einfach richtig, richtig süß. Mhm. Okay. Ja. Glaswagen von Paulina. Und dann einfach auch so ein Auto hinstellen. Das ist auch ein Debug und Objekt. Und dann sieht es halt so aus. Wie hieß der von Dan? Rosi. Sonnenblümchen. Rosi war der von Dan. Das war der Rosane. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf. Selinas ist der Ranswagen von Selina. Glaswagen von Paulina. Strandwagen von Sonnenblümchen. Waldwagen von Trulis. Und Rosi von Dan. Ich habe mich letztes Jahr im Januar getrennt, nachdem er zum Bund ist. Und das aus Sturheit nicht mehr funktioniert. Oh, waren dann noch einmal zusammen, wo er sich ständig in Lügen verstrickt hat. Vor einer Woche hat mir eine Freundin, dessen Bruder mit ihm arbeitet, erzählt, dass er meinte, dass er eher sterben würde, als mit jemand anderem eine Beziehung einzugehen. Was? Also hängt er noch an dir? Boah. Was der Arzt von meiner Katze noch gesehen hat, dass sie ein Weibchen ist und schwanger ist. Ein Weibchen und schwanger? Wie hast du einen Freigänger? Wusstest du nicht, dass sie ein Weibchen ist? Das sieht man doch. Das sieht man doch. Ich weiß, ich frage immer viel zu doofe Sachen, aber ich kenne mich da echt nicht aus. Noch eine Letzte Hügel bekommt man. Debug, habt ihr es dafür? Ja. Also ich habe da auch ganz viele Beziehungs-Stories. Na dann, Luisa, hau mal deine Beziehungs-Stories raus. Also, Mali, du gibst die Cheat-Leiste, also machst die Cheat-Leiste auf und machst die Testing. Cheat-Leiste, Cheat-Leiste, True. Wahrscheinlich wegen Sexy. Dann schreib Schmexy. Schon, aber ich weiß nicht, ob es mein anderer Junge... Also ist sie ein Freigänger? Ja, sexy wahrscheinlich. Sag mal Klettergerüst. Du hast eine nackte Frau gekippt. Er sagt halt wohl, dass das mit uns nicht gewollt ist. Ich habe sein Licht im Tunnel... Ich sein Licht im Tunnel war und niemand anderes das sagen kann. Also einmal abstimmen, ihr Mäusis. Einmal abstimmen. Ja, die ist Freigänger. Ah, ich habe es geschafft. Ja, das ist ganz toll gemacht. Welcher war der allererste? Der rosane Sophia. Der rosane, den wir jetzt auch die ganze Zeit hatten. Was soll's? Gib mal positive Weibs rein, Ladies. Ach, ist doch alles in Ordnung. Vor allem dafür sind wir ja da, damit wir drüber reden. Möglicherweise aber nur ganz eventuell habe ich die Englischaufgaben jetzt doch noch vor mir liegen und arbeite noch da dran. Selina, ne? Lörg, ich habe gerade Lust, auch einen Wohnwagen zu bauen. Danke für die Inspiration, euch und noch einen schönen Abend. Mali, danke für deinen Lörg-Support und ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Abend. Bye, bye. Weiß nicht, welcher welcher ist. Leute, ich habe es doch gerade erklärt. Rosi ist der rosane, den wir die ganze Zeit hatten. Der Schmexi-Strandwagen von Sonnenblümchen ist der, der innen rot ist. Der Ranzwagen ist der, den wir da vorgesehen haben mit dem See hinten im Hintergrund. Dann der Glaswagen von Paulina ist der hier und der Waldwagen von von Trulis ist der. Hier ist der Waldwagen. Der Ranzwagen von Selina. Äh, der Glaswagen von Paulina. Und der sexy Strandwagen von Sonnenblümchen hier, deswegen, weil alles rot drinnen ist. Und das ist der rosane von Dan mit den ganzen Blümchen und so. Ganz genau. Oh nein, hat mich verklickt. Was wolltest du denn eigentlich machen? Sophia. Meine Katzen sind gerade beide so bei mir und liegen auf meinem Schuss. Ach, wie süß. Wie süß, Lena. Ich wollte den Ranzwagen. Alles so ähnliche Namen, ey, ja. Der Ranzwagen. Ach, ich lieb's. Tja, damit hat Selinas Ranzwagen gewonnen. Mit sieben Stimmen dann. Selinas Ranzwagen. Also ich bedanke mich für alle, die mitgemacht haben. Bei allen, die mitgemacht haben. Ich hab's geliebt. Ich find die alle so mega cool. Und bei dem einen find ich die Einrichtung schöner. Bei dem anderen find ich wieder das schöner. Also ich fand's einfach richtig schön. Hat er bei mir Tanzwagen geschrieben. Oh no. Mega schön. Finde mich immer angesprochen. Zu Selina, Selina, Paulina und Sophia fehlt jetzt nur noch eine Katharina. Tja. Haben wir ja. Katastrophe ist die Katharina. So. Also wir haben unseren wundetollen Ranzwagen. Von der lieben Selina. Und da können wir jetzt unsere schöne Deko noch dran platzieren. Wir machen wieder unsere unser Geflügel hier hin. Unser Pferdirad kommt draußen hin. So. Der kommt dann weg. Und unsere unsere schöne Mutterpflanze können wir hier irgendwo noch hinstellen, oder? Wir müssen jetzt nur gucken. Ach du guter Gott. Kann es sich sowas einfallen lassen? Naja. Wir müssen jetzt nur gucken, ob diese Sachen hier abseits des Netzes funktionsfähig sind, weil es immer so eine Sache Hello here I am. Warte, was sind das für Bilder? Sophia. Die sind Hammer, oder? Das sind die Federn. Die kann der Hund suchen und dann bekommst du so Federtier raus. Wusste ich auch nicht. Ich finde es mega cool. Abseits des Netzes. Kochen. Ja, es geht. Das ist abseits des Netzes. Und der ist auch... Ja, Selina hat auch dran gedacht. Mensch, so ein Schnuffi. Hat an alles gedacht. Perfekt. So, dann brauchen wir noch ein Waschbecken. Wir hatten noch letztes Mal so ein schönes Waschbecken. Oder bin ich jetzt schon wieder komplett lost? Nee, hier, ne? Was war das hier? Das gab es doch noch in Rosa. Oder bin ich jetzt... Hä? Weiß nicht das? Doch, das ist das. Den gibt es doch auch in Rosa. Genau, in Rosa. Dann muss es doch das auch hier geben. Ach so, das war das. Ah. Das war's. Ganz genau. Aber es ist hier alles eher gelb, ne? Gelb. Grün-gelb. Blau-gelb. Neh mal das. Ja, hat was gebracht, Janine. Da bist du heute echt wieder schlau unterwegs. Ich finde Rosa besser. Was findest du besser? Ich hab halt nicht viele Packs, sonst wäre ich bei meinem Wohnen noch viel mehr im Garten und so. Alles gut, Paulina. Ich fand den mega schön. Was ist? Was ist? Ich hab aber auch rumgerätselt, ob meine Katze ein Weibchen oder ein Männchen ist. Wir können auch sagen, okay, wir nehmen jetzt halt noch die passende Küche dazu, dann passt es einfach besser. Können wir einfach tun. Aber welche waren das jetzt? Ne, es war ja sowieso die falsche hier. Aber, aber, es soll doch schön werden, oder nicht? Oh mein Gott. Bitte was? Ja? Ja, ich hab doch gesagt, ich hab voll viel, Leute. Was ist denn da los? Hä? Ist einfach, ist einfach frech. Einfach frech. Katastrophe ist es. Ist es frech. Wer findet Rosa schöner? Dieses Rumgekaue. Sollen wir doch Rosa nehmen, oder wie? Sollen wir Rosa nehmen, lieber? Hatten wir nicht eine andere Küche? Ich find Rosa schöner. Okay, dann nehmen wir Rosa. Ja. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ihr seid so verrückt, ehrlich. Das ist wunderschön. Ja, Rosa. Ich find Rosa auch schön. Es ist schön. Es ist einfach wunderschön. Hey, hatten wir nicht eine andere Küche? Ich hab irgendwie in meinem, in meinem Gedächtnis, dass wir eine andere Küche hatten. Ich bin ja irgendwie ein wenig familiar. Oh, wir können auch Lila nehmen. Oha. Lila ist halt auch irgendwie. Wow. Lila ist halt auch schön. Wow. Wollen wir Lila nehmen? Hey, Lila ist halt. Warum dann dieser grüne Vorhang? Wer hat sich das auch entfahren lassen? Nennst mal ehrlich. Hatten wir nicht. Aber wieso gibt's die nicht in... Ich dachte, die gibt's in Rosa. Nee. 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 Lila besser als Rosa. Vor allem hat das so gut gepasst. Aber wirklich. Das hat so gut gepasst. Das hat echt gut gepasst jetzt. Lila ist schon cool. Was sagt ihr? Findet ihr Lila schön oder ist es hieslig? Das ist schön. Das ist einfach wunderschön. Ja, ja. Nee, ist doch cool. Das Lila passt gar nicht dazu. Hallo? Das Lila ist... Es ist... Es ist wunderschön. Hallo. Hallo. Wir können es ja umgestalten. Könnte ich den Kühlschrank aus Sims klauen? Der ist schön, ne? Ich finde den auch sehr schön. Ich finde den auch sehr, sehr schön. Wow, den gibt's auch in Rosa. Oder wir nehmen halt einfach den schönen... Wie? Gibt es keinen schönen Ofen? Doch. Doch, wir hatten den. Guck mal. Ja, guck mal. Den hatten wir. Guck mal, wie cool es aussieht. Einfach. Es ist schön. Binnen und Gap findest du schöner als Gap und Rosa. Ich finde beides eigentlich ganz cool. Beides eigentlich ganz cool, ja. Ja, ja. Joa, joa. Das Einzige, was mich hier einfach... Bis in die Helle... In die Helle. In die Helle. In die Hölle triggert. Ist dieses... Dieser... Der Vorhang ist einfach nicht mein Weib. Ich denke gerade darüber nach, ob ich mich trennen soll. Was? Warum? Aber... Aber... Es soll doch schön werden, oder nicht? Katastrophe, ne? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Nee, es passt überhaupt nicht zu den Vorhängen. Die Vorhänge sind aber häslig. You want... Andere Vorhänge? Ja, schön! Die Vorhänge sind nicht so der Weib, den die hier brauchen. Nee, nee. Nee! Nee, wobei hier ist es eigentlich ganz schön, oder? Aber hier halt... Nee. Einfach nein! Sind das eigentlich diese... Schön! Weißt du was, Luisa? Deine Oma hat auch alles, ne? Deine Oma hat jede einzelne Kachel, die dir nicht gefällt und deine Oma hat jede einzelne... Was sind doch diese... Ach, die sind gar nicht die Fenster. Dann tauschen wir... Doch, sind die Fenster! Natürlich! Oh, den Riss wollen wir doch behalten. Guck mal, Selina hat auch die richtigen Fenster. Guck mal! Wir können sie in grün nehmen? Oder wir können sie in rosa nehmen? Rosa! Weil es soll ja schön werden, oder nicht? Es wird halt dann sehr kitschig, ne? Wisst du, wie ich meine? Alles, was hiesig ist, hat meine Oma, aber nicht die coole, sondern die andere. Ja, ich weiß! Rosa! Weiße Vorhänge? Du brauchst noch von TikTok... Ja, nee! Das macht mir alles Angst. Ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, ich habe so schöne neue Bit-Songs. Ja, hör doch auf! Katastrophe lila! Meine coole Oma hat sogar Apple-TV! Oder wir nehmen schwarz. Schwarz wie die Nacht! Ich habe keine 1500 Handkörner. Nee, so cool ist sie auch wieder nicht. Okay. Das war Paulina! Ja, schwarz wie lovse schwarz. Bin ich runtergerutscht, Emmi? Stimmt ein bisschen, hast du schon recht. Ich komme wieder hoch. Entschuldige Sie bitte, entschuldige Sie bitte. Ich wollte nicht nach unten rutschen. Oh, und wir könnten dann hier... Wartet, wir können das hier wegmachen. Und wir können hier ein langes Fenster... Wowie! So, wie schön! Ja! Wow! Oh! Luisa! Leute, guck mal, wie schön es aussieht! Ich raste aus! Es ist so schön! Wir können die... Katastrophe! Schöne Töne, Girl! Schöne Töne! Nicht das! Guck mal, sogar mein Sims dreht durch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich stehe jetzt einfach auf den Kühlschrank. Entschuldigung, können Sie bitte da bleiben, Sie komische Pflanze? Ist das so... What? Nee, es schwebt. Jetzt ist es drin. Dann schwebt es halt ein bisschen. Das ist ganz normal, ich mache gar nichts. Ist halt so. Kennst du den kleinen roten Traktor? Ähm, den kleinen roten Traktor, der ist überall bekannt. Mit Jan am Lenker fährt er übers Land. Tell me why! Ain't nothing but a heartache. Tell me why! Gott, we want the Party-Katastrophe. Es ist viel cooler, als wenn du mich die ganze Zeit anschweißt. Welche Einstellung? Keine Ahnung, ich habe überall das Höchste. Büg sie zusammen und mach was daraus. Bibidi-Babidi-Babidi-Babidi-Babidi-Babidi-Aus. Jetzt fehlt der Schrei bei, wer klopft denn da, wenn es die Tür... Wow! Lena! Wow! Nee, jetzt mache ich die Aufgabe noch fertig. Doch, doch, der Kühlschrank geht. Ganz sicher geht der Kühlschrank. So, ich kann hier nicht mehr spielen, weil du die ganze Zeit so Party hier machst mit diesen gruseligen Tönen. also nie der der geht der geht so aber ich würde sagen wir lassen es jetzt was wir dringend brauchen wir haben kein fernseher und wir haben kein bücherregal und wir brauchen ein bücherregal ein bücherregal ist wichtig ist das ein bücherregal zählen die als bücherregal diese dinge her der war schön ja den habe ich auch selbst eingesungen katastrophe deswegen ist der so wunderschön nicht bei den sounds unten nicht bei den sounds so bei diese bit alerts habe ich geändert weil wir dann noch keine hatten und deswegen habe ich die geändert es ist ein bücherregal habt ihr neun auch noch nicht welche neuen ist das ein bücherregal echt zum bücherregal siehst du nicht nach bücherregal aus naja wenn ihr sagt dass ein bücherregal dann ich dachte auch nicht dass das ein bücherregal ist tatsächlich ja das ist schön das ist wunderschön ich bin in wohnwagen die pack mich auch noch tatsächlich tatsächlich der heißt hier sie sehen sailboat der ist wahrscheinlich dann bei dem dings wie machst du das dass das da das dass du das so in luft schön hinter was was fleck hopp was möchtest du wissen wie ach so jetzt weiß ich was du meinst also jetzt die bücherregale ich nehme ein deko objekt wir nehmen eins was wir gebrauchen kann die krischen gerümpel was können wir da schönes hinstellen hier das tablett so das tablett das ist jetzt auf der ich habe sie einmal drauf gesetzt auf die theke dann ziehe ich die theke weg und ich habe bb move objects und aktiviert so dann drücke ich alt also nimmt das objekt in die hand drückt alt und dann kann ich ziehen und jetzt kann ich sie frei bewegen indem ich alt gedrückt halte jetzt kann ich es auch kleiner machen zum beispiel die haben das mal geändert ach quatsch also wir mögen horror auch aber weißt du den schrei bekommst du jedes mal dann von mir weil ich danach doch rumbrille also wieso ist dein herz zerbrochen luisa was ist passiert so jetzt weiß ich okay herummarschieren ist nicht großmeister der vampire werden genau ah ja genau also wir haben solche dinge was ist mit dem wuffi geht es aber gut ne spielen will er ach ich weiß was wir vergessen haben der der busch oder unser lieblings busch ist der hier selina du hast unseren unseren schönen busch vergessen den müssen wir noch platzieren weil sonst hat badia nichts zum spielen mhm that sounds crazy was ist das das ist eine rote kiste die ist mir sehr unsympathisch die platzieren wir bei uns im garten die mutter pflanze nein tun wir nicht ich flipp aus ne das kann doch jetzt nicht wahr sein wieso wieso immer ne wo ist jetzt der blöde busch jetzt werde ich aggressiv bin schon wieder übel zusammen gezogen und quack tnt und dynamite ich habe mir toast gemacht und es ist einfach mit der belegten seite nach unten auf der auf äh runtergefallen ja mhm mhm schwierig schwierig luisa sehr schwierig das ist nicht gut hier party busch alles ist möglich ne da ist ein herzchen drauf das sieht du so aus wollen nicht ne ne wir machen den hier und wir tun den hier so drunter das ist schön das ist schön es ist wunderschön und jetzt kann badia auch spielen erforsche den busch yes warum gefällt ihm das nicht warum geht das dann nicht hoch wieso geht das runter hä das ist doch lustig jetzt ist mein herz gebrochen es schmerzt immer noch ja verstehe ich verstehe ich vor allem wenn es ein lecky schmecky toast war ne ähm blablabla blablabla hier nur ein grüner tennisball ist ein echter tennisball was ist denn das regenbogenkatzenstab hä das ist doch einfach nur ein stück dreck ich hab dein glas voll dreck laser pointer ah ja keinen wuchs mehr es ist so flauschig ja ein einhorn brauchen wir natürlich also das ist ja wohl klar ein einhorn ein einhorn brauche ich in meinem leben wunderschön ja aber ganz andere nicht desertbunnys was verstehe ich nicht los und geh in den busch seit wann sind tennisbälle grün sind die nicht gelb ne die sind green grün 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 sind alle meine kleider grün 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 ist alles was ich hab den hund kann ich steuern weil ich den au im tiere mod hab lalalalalalalala ganz genau ganz genau paulina go into the bush spring rein hund wieso kannst du der bush wurde erst vor kurzem erkundet notdurft tanz helfe helfe ich muss kacki da ja ja dann geh doch einfach kann er das nicht ne muss man ihm sagen aber wir können nicht raus nooo wir haben auch keinen spaß können wir was lesen wir brauchen einen laptop ne ne röchte ich auch immer luisa echt ne die sind doch grün die sind doch grün wie kommt ihr darauf dass die gelb sind du 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 mm oder gibt's hier auch ein gelb ronja hallo schön dass du wieder da bist hi alle meine äntchen schwimmen auf dem see Level 2 der innenarchitektkarriere ja ok können wir halt nicht noch nicht kaufen dürfen wir nicht kaufen nö nö hier welchen kaufen wir denn kauf mir den gelben oder kauf mir den rosenen rosa oder gelb leute ronja wie geht es dir wie war dein Tag alle meine äntchen schwimmen auf dem see schwimmen auf dem see Köpfchen in das Wasser Schwämmchen in die Höhe ein bag baby wolbia nehmen wir rosa oder gelb gelb ist halt auch mir nicht geschrien, ich steigere mich rosa hallo Alina, hey Hallöchen Rosa, okay. Alina, wie geht es dir? Wie war dein Tag? Schlaf. Oh Mann, ey. Achso, und dann können wir die Tierschüssel füllen. Okay, er kommt auch rein, der Wurf. Hä? Achso, okay. Oh no, hä? Wieso? Ob ich zu ihr rüber... Wollen wir zu Lille? Ja, ne? Wir können zu Lille gehen. Ja, komm. Okay, aber wir nehmen Buddy mit. Wieso können wir Buddy nicht mitnehmen? Hallo, ich will Buddy mitnehmen! Naja, dann holen wir ihn halt so. Gut, und Jimmy geht es auch gut. Rosa ist immer am besten. Ja, Dennis Bell ist dann auch neongelb. Ja, kann sein. Und wenn... Der ganze Tag auf deinen Stream gewartet hat. Oh, Alina, wie süß! Voll lieb von dir! Dankeschön! Dann hoffe ich, dass du jetzt hier Spaß hast, meine Liebe. Dann hoffe ich, dass du Spaß hast. Das sehe ich auch so. So, dann guck mal, hier ist es schön. Schau mal, da ist es schon dunkel. Es gibt bestimmt... Ah, grüne. Ja, es gibt grüne. Es gibt ganz sicher grüne. So, liebe Lillith. Wir möchten deinen Tag verschönern. Wir möchten uns mit dir unterhalten. Wir wollen schöne Zeit mit dir verbringen. Los geht's, auf geht's, ab geht's. Ein herzenkommendes Kompliment. Tiefgründige Unterhaltung führen. Ihre Familienzuwachs reden, was? Sind wir schwanger? Nein, wir sind nicht schwanger, oder? Wir sind nicht schwanger. Nein, nein. Wir sind nicht schwanger. Ich habe im Übrigen diesen Monat bisher nur drei Bücher geschafft. Nur drei Bücher? Du und nur drei Bücher. Und jetzt? Ich suche gerade Quark am Essen und dann kommt plötzlich Quark und dann fällt mein Quark runter. Oh no! Oh no! Wieso kann ich kein Deutsch? Oh no! Können wir schon rein? Ach ja, wir können rein. Wisst ihr was? Wir gehen aber wieder. Wir gehen einfach... Gehen wir da rüber? Oder bleiben wir hier? Oh, da ist jetzt noch irgendwer. Ja doch, wir können doch eigentlich... Wir können doch eigentlich... Eigentlich... Doch, wir gehen hier rüber. Mit Lilith. Yes! Was ist Quark? Lese aktuelle zwei. Also vielleicht werden es noch drei bis vier Bücher diesen Monat. Oh mein Gott! Bist schon wieder so fleißig, ne? Am Bücher lesen ist unglaublich. Ich muss mich jetzt Bett fertig machen, muss morgen früh aus dem Haus. Bis bald. Stimmst du morgen? Ja, um zwölf aber schon. Schon jetzt auf was? Das lebt immer noch? Oder ist jetzt besser? Ist jetzt besser? Du, 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 du. Ach, wir müssen wir gar nicht anklopfen? Als Vampir? Oder wie ist das? Jetzt ist wieder super. Okay, okay, okay. Vielleicht ist irgendwas mit dem Haus. Das kann auch sein, ne? Dass deswegen irgendwas leckt, weil dieses Haus backt oder so. Den Stream morgen schaffe ich nicht. No, um zwölf fange ich schon an. Und, ähm, aber halt ein bisschen länger. Ich habe leider keine Zeit zum Lesen, außer am Wochenende, weil ich jeden Tag bis auf Wochenende arbeite, ja. So, wollen wir uns wieder ein Opfer suchen, was wir aufessen können? Oder wollen wir mit unseren Freunden irgendein Training? Können wir natürlich ein Training machen, ne? Wo ist denn jetzt Lilith? Wo ist unsere beste Freundin hin? Oder wir gehen zum Vampir-Boss. Wir bitten mal um Vampir-Training. Wir wollen ja wieder besser werden. Und dann suchen wir uns ein Opfer. No, dann kann ich morgen nicht kommen. Um zwölf bin ich noch nicht daheim. No, ja, Blutsaugen. Ja, ähm, aber ich streame ja nicht nur so kurz, ne? Also, das ist vielleicht danach. Vielleicht seid ihr dann später da. Wie gesagt, um zwölf fange ich an. Und ja, ungefähr bis drei. So, ist hier irgendwo... Oh. 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 Wie oft kann man oh sagen? Ach ja, das war ja das, wo man dachte, hier ist eine versteckte Welt. Aber hier ist gar keine. Ich bin immer noch so sad darüber. Ich mochte die versteckten Welten in Sims. Kennt ihr die? Kann ich morgen nicht kommen. Vielleicht seid ihr später da. Vielleicht kommt ihr ein wenig später da. Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. So. Es ist doch noch nicht spät. Hier müssen doch noch Sims... Ach ja, da ist es. Vampir. Persönlichkeit entblößen. Dann wollen wir Halluzinationen verursachen. Und dann wollen wir Plasma. So ausgiebigen Trank nötigen. Yes. Dü-dü-dü-dü. Sieh so. Ja, später bin ich hoffentlich da. Aber höchstens kurz vor zwei. Düster, Laktose intolerant. Ich hoffe, dass es klappt. Gehe morgens seit Monaten wieder mit meinem Dad essen. Ach, wie schön. Ich freue mich mega. Es geht mir in letzter Zeit nicht gut. Aber ich probiere später zu kommen. Blackhop, stresst dich. Es ist alles gut. Ich wünsche dir morgen sehr viel Spaß auf jeden Fall. Wäre schön, wenn du dann dazukommst. Und wenn nicht, ist es natürlich auch nicht schlimm. Ich habe bis 5.15 Uhr zur Schule und muss danach erst mal einkaufen. Also bin erst um 16.30 Uhr zu Hause. Da magst du nicht zufällig so lange streamen? Nee, morgen leider nicht. Ich habe morgen noch viel zu tun, denn wir fahren am Donnerstag, nachdem ich gestreamt habe, direkt los. Wir fahren ja wieder... Wieso kannst du sie jetzt nicht essen? Hallo, ich möchte dich bitte essen. Wir fahren ja wieder zu meinen Schwiegereltern nach Niedersachsen. Und da fahren wir ja recht lang. Sag mal, girl, mach das jetzt, was ich dir sage. Und ich stream am Donnerstag auch bis 3. Und dann packen wir direkt unsere Sachen nach dem Stream und fahren los. Juhu! Fussel, Wussel, Hallöchen! Hi! Ich kann morgen vielleicht nicht kommen, weil ich morgen vielleicht arbeiten muss, weil jemand krank ist. Und wann streamst du morgen? Kannst du mich besuchen? Wohnst du in Niedersachsen? Wohnst du in Niedersachsen so ein Blümchen, oder? Wieso kann sie sie denn jetzt nicht essen? Ach, vielleicht, weil wir die Halluzinationen wieder rufen müssen. Kann das sein? Hallo. Ah, wenn die Halluzinationen haben, können wir die nicht fressen. Das ist ja ein Witz. Das ist frech. Nee. Probiere es. Liebe immer deine Streams. No. Und ich bin danach immer viel glücklicher. No. Aber bevor du gesagt hast, wohin du fährst, ach so. Es muss kurz gehen. Alles klar, Lena. Bis vielleicht später. Zu mir nach Niedersachsen. Lilly, du wurdest in Niedersachsen, ja. Oh, wumm. Tadadadadum. Ist hier noch jemand, den wir fressen können? Außer, ist das Fladdy? Nee. Fladdy Daddy. Aber Fladdy Daddy können wir nicht essen. Der ist zu krass für uns. Gibt es hier noch jemanden, den wir essen können? Oder müssen wir... Oh mein Gott, der Weg ist ja mal so nice. Oh. Nee. Katastrophe. Nee. 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 Wieso leider, Lilly? Ich liebe es da. Katastrophe. Hör doch jetzt auf. Diese gruseligen Sounds. Mach schöne Bit, die Mauds. Mach schöne Bit-Party lieber. Anstatt diese gruseligen... Egal was passiert, ich mag dich. Ich mag dich auch, Katastrophe. Ich mag mich auch. Das ist wieder der Boss, ne? Das ist wieder der Boss, die Mauds, die Mauds, die Mauds, die Mauds, die Mauds. Anfang zu... Persönlichkeit entblösen. Oh, können wir auch bei Vampiren machen? Uh. Zu spielen. Wir wollten Sims von euch einziehen lassen. Hat jemand einen Vampir? Ja, das ist doch schön. Stevittchen ist ein schöner Ton. Ja, ja. Ich bin fertig mit Hausaufgaben. Selina, endlich. Endlich. Vampir-Training an, Persönlichkeit entblösen. Müssen wir hier Vampir-Training? Nee. Zala-Gadula, Menschikabula, Bebedibabidi-Bum. Schüttet zusammen und macht was daraus. Bebedibabidi, 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 Bebedibabidi aus. Sehr gut. Selina hat sie verdient. Hat sie verdient. Hat sie verdient, die liebe Selina. Du bist mir einfach zu heavy, girl. Vampir-Training. Wir können noch einen Vampir-Kampf machen. Kräfte zeigen. Vampir-Kampf. Was ist hier los? Ein Ründchen fliegen? Die Einzige, die immer mit ihr singt? Mit Schneewittchen? Musst du morgen nur noch zwei Aufgaben und zwei Präsentationen abschreiben. Was meinst du, mit dem Schneewittchen-Sound singt? Ach, wollten sie keinen Vampir-Kampf machen? Mit dir? No. Sissi. Hä, was ist jetzt? Ach so, die machen so ein Vampir-Training. High-five! Woo! Aber. Aber. Es soll doch schön werden, oder nicht? Es soll doch schön werden, oder nicht? Sorry, falls ich vielleicht nervere, aber ich bin mega froh, hier zu sein und dankbar einen Teil dieser wunderbaren Community zu sein. Fleck Hopp, du nervst doch damit nicht. Süßi. Quatsch. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich immer über solche Kommentare freue. Ich kann es immer nicht fassen. Chris kann euch ein Lied davon singen. Wir hoffen jetzt alle nicht. Er kann nicht gut singen. Es ist schrecklich. Aber, ne, wie sehr ich immer die Ohren voll heule im positiven Sinne, dass ich es überhaupt nicht fassen kann und dass ich so dankbar bin oder dass es so süß ist und so. Und, ja. Ja, ich bin dann immer ganz sprachlos und alles. Wir wollen einen Vampir-Kampf sehen. Da. Es gibt so viel, ich weiß, auch einen Vampir-Kampf, wo, Hammer. Da, ja, mit Chris. Ja, ja. Ne, die Wahrheit muss man sagen, lügen darf man nicht. Ich verabschiede. Ich verabschiede mich mal, versuche morgen im Homeoffice mit dabei zu sein. Oh, wie süß, Sophia. Ja. Gute Nacht. Schlaf gut. Träum süß. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Ein Herzchen und ein Küsschen für dich. Tschau, Sophia. Ich bin wieder da, einfach muss ich schlafen gehen, weil er morgen in der Früh aufstehen muss und ich nicht. Ansonsten wird etwas Schlimmes passieren, wenn ich nicht mit ihm schlafen gehe. Okay. Klingt nicht gut, Lena. Ich glaube, die Chris aufs Wort. Was? Pass auf, ich spiele jetzt was ab, was ich eingesungen habe. Oh mein Gott. Bye. Gute Nacht. Gute Nacht, Lena. Ja, der wieder, ne? Machen sie jetzt einen Vampirkampf? Ich flipp aus. Persönlichkeit entblößen. Wieso machen sie keinen Vampirkampf? Halluzinationen verursachen. Chris, der war unfassbar gut. Mann, ey. Oh Mann, ey. Es geht einfach nicht, ne? Katastrophe, ne? Du warst es. Es ist halt einfach die Wahrheit. Da kann man nicht lügen. Chris aber auf die große Bühne mit dir. Mali, WB, schön, dass du wieder da bist. Habst du sowas Cooles gekauft? Was denn? Vampirkampf. So, Leute, ich halte es jetzt nicht aus. Ich muss euch jetzt einen, einen meiner Töne zeigen. Aber nur einen. Ich zeige euch nur einen. Nicht alle. Ich zeige euch, ich habe den 100-Bit-Sound auch geändert. Ich muss es euch jetzt zeigen. Ich bin so stolz drauf. Ich habe mich, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Mimi und Tina durchgehören zum Badezeug. Meine Cousine wird sich so von, oh wie süß. Also, pass auf. Ich zeige es euch jetzt, ja? Also. Unter 100 Bits kennt ihr den ja. Bits, 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 Bits. Und ab 100 Bits ist der jetzt neu. Das ist ein Test-Bit-Alaut. Es ist so geil, oh. Ich liebe es, Leute. Es ist so geil. Ich liebe dieses Lied. Oh, ich liebe es. Lustig, dass ich mit meinem Sohn immer Bibbidi-Babbidi und Gubbel-Gubbel mache. Oh, wie süß. Uh, oder? Oder? Es ist einfach so cool. Es ist einfach so cool, dieses Lied. Und ich habe so viele weitere coolen. Ich muss es euch jetzt einfach, ich muss es euch jetzt einfach zeigen. Vor der Wuschel ist es so süß, dass du Gubbel-Gubbel mit ihm machst. Gubbel, 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 Gubbel. Gubbel, 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 Gubbel. Wir müssen es durchsetzen. Wir müssen uns anstrengen, damit Gubbel irgendwann das Jugendwort wird. Ich sage es euch. Geht es jetzt mit Vampirkampf? Mega! Oder? Ah, es ist... Es ist... Sechs... Sechs Stück. Sechs Stück habe ich neu gemacht, ja. We love it. We love it. Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Bin gespannt, welche euch am besten gefällt. Gubbel, 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 das wird durchgesetzt. Gubbel, 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 Gubbel. Wann kommt das Gubbel eigentlich als Sound Alert? Bin immer voll irritiert. Wenn, ähm... Wenn ich's drücke, also ich hab das als Button vor mir. Ja. Emma, bin doch gar nicht runtergerutscht. Oder bin ich doch tatsächlich? Entschuldigung. Entschuldigung, Emmi, gut, dass du aufpasst. Gut, dass du aufpasst. Wenn ich drauf drücke oder wenn jemand Gubbel in den Chat schreibt. Bist zwar nicht runtergerutscht? Oder... Ja, doch, doch. Doch, bin ich tatsächlich ein bisschen. Gubbel, Gubbel, Party! Gubbel, 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 Gubbel. Ja. Oder Ausrufezeichen Gubbel. Aber ich freu mich, dass du in den Bett schreibst? In den Chat schreibst, Emmi. Was ist denn grad... Ich freu mich, dass du in den Chat schreibst, Emmi. Voll schön. Ja, genau. Irgendwann hört man nur noch so... Ey, mein Tag war so voll Gubbelig, Alter! Das ist das, wohin wir wollen. Ich dachte, Twitch vergummelt mich. Gubbel, 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 Gubbel! Du hast es verstanden. Genau so benutzt man dieses Wort. Du bist so ein süßer Gubbel. Ist aber ein Kompliment, ja? Nicht falsch verstehen. Geht sie jetzt mit ihm plaudern oder gehen die jetzt einen Kampf machen? Nee, die geht jetzt nicht... Nee, wisst ihr, was wir jetzt machen? Bevor wir jetzt irgendwie weitermachen. Wir brauchen noch Sims für die Welt hier. Ja? Wir speichern jetzt. Pass auf, wir gehen hier. Speichern und zur Welt verwalten. Wer von euch hat noch Sims, die ihr gerne... Dieses Telefon einfach so richtig penetranten? Man ist schon gar nicht mehr in der Welt und er so... Wer hat noch Sims, die wir gerne in StrangerVille platzieren können? Als normale Sims oder wie auch immer. Und in Forgotten Follow als Vampire. Wer hat noch einen Sim, den er gerne mit reintun möchte ins Let's Play? Ey du, tat es eigentlich weh, als du vom Himmel gegubbelt bist? Was für wasche! Gubbel, 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 gubbel! Was ist denn da los? Leute, wir brauchen Sims! Hab nur eine Familie mit einer Mom und einem Sohn. Wenn du Bock hast, weiß ich aber nicht, ob die noch in der Galerie sind. Ja, hau raus! Aber hallo, ich guubbel schon mal vor. Machst mit! Ihr seid doch verrückt! Bang, bang, Alexander! Bang, bang, Alexander! Ich stelle meinen mal eben hoch. Wo stellst du wen hoch? In Mathe verkubbelt man sich dann auch manchmal. Ihr seid doch verrückt! Haut eure... Ach, lade meinen eben hoch, okay. So, ich geschlafen, wünsche euch noch einen schönen Stream und bis zum nächsten Mal. Schlaf gut, Selina, und schön, dass du da warst. Huhu, hab auch noch... Huhu, hab auch noch, guck einfach. Hallo, Nachtblume, schön, dass du wieder da bist. Hallöchen! Alter, bin ich ganz da heute. Pass auf, ist schon alles gut. Gubbel das mal! Ich muss doch mal ein Portemonnaie aus meiner Tasche gubbeln! Gute Nacht, Selina, danke, dass du da warst. Ciao, ciao! 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 Nachtblume, wie geht's dir? Wie war dein Tag so? Sorry, dass ich beide, wenn ich reinstehe, muss mich bei Cooking Simulator konzentrieren. Ich bin immer da, wenn du online bist. Nachtblume, wie süß! Wirklich! Ein riesiges Herzchen an dich! Oh, wie süß ist das denn? No! Du süß! Ja, wirklich! Ja! Ich hab eine Familie hochgeladen, die ist ein bisschen crazy, aber der Mann könnte wenn er unterpassen, wenn er es richtig in Erinnerung hat. Der ist halt so richtig dark. Ja, gerne, gerne. Mir ist gerade einfach aufgefallen, dass ich Sims 4 auf den Tag heute drei Jahre und einen Monat spüre. Wie süß! So, also, wir können wieder Hashtag suchen, weil da ist nämlich Sonnenblümchen, ne? Hallo! Hallo! Schreibt ihr bitte eure IDs einfach oder so. Ist da, Sonnenblümchen ist einfach so ein Fug. Sops! Und strich, no! We don't talk about Bruno, no, 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 no. We don't talk about Bruno! Ich sing auch ständig mit. Mein Mann lacht schon, dass ich es mittlerweile kann. Wie süß! Oh, Nahtblume! Also einfach bei mir. Ja, siehste? Siehste? Geil! Meinst du den? Hey, wie cool ist das denn? Er sieht einfach aus wie Wolverine. Er ist einfach richtig, richtig krasser. Aber, Dude, warte, wir müssen natürlich in den Haushalt erstellen gehen. Ich verabschiede mich jetzt, gehe jetzt ins Bett, gut an euch allen und einen schönen Abend noch. Gute Nacht, liebe Mali. Ja, der ist cool. Oh, Leute! Leute, ich habe eine Frage an euch. Ich habe eine Frage an euch. Was haltet ihr davon? Ihr wollt ja immer eine 100 Baby Challenge, ne? Was haltet ihr davon, wenn wir eine 100 Baby Challenge machen, aber mit einem Mann? Hätte da halt schon Bock. We going for under! Bang, bang, like thunder! Bang, bang, like thunder! Du, 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 du! Wir zwei Sims, die sehr gut als Vampir passen würden, aber habe das Vampir-Pack leider nicht. Ist das ein Problem? Quatsch, Lilly! Ein Problem ist nur dann, wenn man sich eins macht, ne? Aus so Kleinigkeiten. Oder machen wir mal was anderes, finde ich. Ja! Oh, ja! Ja, das wäre ja mal was. Ja! Ja, ja, wie cool! Ja! Damit wir uns nicht um die Kinder kümmern müssen, ne? Ja, so ungefähr. Wir können natürlich auch sagen, dass wir welche aufnehmen, damit es nicht ganz so easy wird. Wir müssen sie ja nicht alle zu uns holen, aber nur die, die wir wollen oder so? Keine Ahnung. Ist ja mal was anderes, aber richtig geil, ja. Und dass wir uns dann so Aufgaben setzen, wie dass wir am Wochenende immer Kindertag haben und dann müssen wir zu verschiedenen Kindern reisen oder sowas irgendwie so. Wir halten mal was anderes. Und die Challenge würde, also schneller gehen und nicht so schnell, ein bisschen schneller und nicht so, hey, er ist halt einfach richtig der Crazy Dude. Einfach voll cool. Voll cool. Er passt einfach perfekt. Ich würde sagen, wir nehmen ihn einfach und er zieht auch, weil, wenn er kein Vampir ist, einfach in Forgotten Hollow ein, ne? Weil er ist einfach so richtig cool. Oha! Phänomenal ist es nicht dein Ernst. Er sieht ein bisschen aus wie ein Wehrwolf. Ah, voll! Du bist phänomenal! Hey ihr Lieben, war noch in einem anderen Stream. Ich bin jetzt doch noch kurz hier. Ich hoffe, euch geht es gut. Leandra, schön, dass du da bist! Hallo! Na, wie geht es dir? Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wie war dein Tag? Ich habe nur eine normale Familie hochgeladen. Der Mann, ist doch egal. Muss kein Vampir sein, Luisa. Nachtblume hat gesagt, sie hat auch noch welche. Entschuldigung. Oh Gott. Ich habe es gar nicht geliked, Sonnenblümchen. Es tut mir so leid. Ja, Schande über mein Haupt. Es ist so schön geworden. Oh, guck mal, die Bar müssen wir auch noch platzieren. Sonnenblümchen! Du musst mich erinnern! Oh Gott, ich bin einfach schon wieder so ein Lost-Maus. Guck mal, da ist die Hochzeitskirche. Ah, so ein Lied. Ich liebe es. Meine Bits sind leer. Tja. Ja, ich erinnere dich. Ja. TTV-Nachtblume war es, ne? Lieben wir. So. Können hier jetzt auch irgendwie eine coole Mausi noch dazunehmen. Mila Blue ist auch cool. Mila Blue ist auch cool. Sie würde halt auch zu ihm... Oh, die ist ja süß! Die Sam Schneider, die wollen wir. Hä? Heißt sie jetzt Sam Schneider? Ne, sie heißt Anne Schneider. Hilfe! Dank dir, sehr gut. Langes Wochenende bald. Und übernächste Woche Urlaub. Oh, also gute Aussichten nach dem ganzen Stress. Das verstehe ich. Der Rest des Abends wirst du verschont. Und nicht mal Party hast du gemacht, Katastrophe. Sondern gruselige Sounds. Oh mein Gott, wie schön sind die Sachen, bitte. Ja, Sonnenblümchen ist einfach ein Goldstück. Und Sonnenblümchen macht auch immer bei den Challenges mit. Übrigens. Ich habe wieder eine Shell Challenge geplant gehabt. Ich habe euch im Discord gefragt, aber es kam nicht ganz so viel Feedback. Habt ihr Bock auf Shell Challenge oder habt ihr keinen Bock auf Shell Challenge? Süßi. Ich finde die voll goldig. Oh mein Gott. Ich möchte aber, dass sie Sam heißt. Weil Sam fand ich irgendwie... Sam hat mich angesprochen. Oh mein Gott. Ich liebe ihre Augen und so. Sie ist so cool. Ich habe dir freundlich in die Ohren geatmet. Weißt du, ganz ehrlich, Katastrophe. So wie du das aus... Also wie du es schreibst, ne? Hört sich das ganz schön sexy schmecksy an. Aber das war es nicht. Das war es nicht. Es war bösartig, meine Liebe. Es war einfach böse. Es war böse. Es war einfach böse. Doch, mag dieses Mal mitmachen. Yay. Yay. Hast du Angst, dass die nackig ist? Das wäre es magisch. Was? Wäre es magisch? Was, was, was? Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Ich freue mich. So, jetzt kriegt ihr noch einen... 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 einen Skeneli... Deneli. You love it. Er ist einfach so cool. Ich finde, er ist so cool, ne? Das ist halt ein bisschen schade, dass es... Doch, das geht. Oha. Guck mal. Cool. Es ist richtig cool. Jess Whisper als Ton und der läuft die Gäste im Stream über. Dann hast du deine Sex... Dein sexy Atmen. Muss kurz einmal weg. Hab krasse Knieschmerzen und will mir da einmal eine selber drauf machen. Bis gleich. Ich glaube, Rob, mach das mal. Glaub ich. Niemand ist magisch. Hä? Hä? Was ist das? Niemand ist magisch. What are you talking about? Du, du, du. Ich hab gerade gar keinen Bock auf Möbel. Sie, sie shoppen, mach ich morgen. Livia, hätt ich jetzt auch echt gar keinen Bock. Sag ich dir, wie es ist. Sie ist so hübsch. Wie schön ist sie bitte? Nach Blumen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist jetzt so richtig fancy Wimpe liest dann? Das machen wir. Cool. Oh mein Gott. Look at her. Ganz genau. Süß. Sie ist wirklich sehr hübsch. Mega. Ja, sie ist mega hübsch. Läsches. Ja. Psst. Katastrophe. Ich hab gerade gelöst. Kleben gerade meine Hintern ein. Ich dachte, hä? Was ist denn jetzt falsch mit ihr? Oh mein Gott. No. Es hat jemand von euch Insta-Stories gemacht. No. Ihr Süßis. Oh. Ihr goldigen Mäuse. Einmal die Selina. Und die Selina hat mir geschrieben. Und? Die Sophia. No. Janine. Was? Vor allem meine... Mein Hintern. Ja. Katastrophe. Kreben gerade meine Hände und Kniekehlen ein. Und ich hab verstanden... Also ich hab nicht verstanden. Ich hab gelesen. Kreben meine Hintern ein. Ne? Ihr Süßis. Dankeschön, wenn ihr Storys macht. Ich freu mich da immer total drüber. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vor allem mein Hintern. Ich weiß jetzt nicht, was... Ein cremst du jetzt gerade in dem Moment ein? I don't know. Sie ist so cute. Lieben wir! Dann ist er anständig. Hallo, ich hab gar keine Nachricht bekommen, dass du live bist. Hallo, Anna Banana. Emi. 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 Anna Banana, wie geht es dir? Schön, dass du trotzdem da bist. Hallo. Ja, aber mein... Ne, Hintern. Nein, ich rede nicht von deiner... Sonnenblümchen machen wir jetzt nicht fertig. Machen wir nicht fertig jetzt. Mach nicht, mach nicht, mach nicht diesen Sonnenblümchen. Mach nicht diesen. Hä? Er ist aber nagisch. Er ist nagisch. Er braucht... Er braucht irgendwas. Irgend so was. So was. Lieben wir! Ja! Ganz so schwarz. Ganz genau. Was für Schuhe machen wir denn? Irgendwie so was. Ganz genau. Oh no, der hat ja nirgends was an de boi. Sonnenblümchen. Mensch. Wolltest echt, dass wir so nackischen hier haben, ne? Jetzt weiß ich, was Luisa meint. Das lieben wir klang wie... Lola, Seth, Ipims, eure Badewanne. Ich kenne hier gar nichts ein, nur dass das klar ist. Oh mein Gott. Und er war auch ohne Sissi. Ich kenne hier bei dem Nagisch auch von Sims keredet. Ah! Er so... Ah! Gotcha! Ja, also es ist ja wohl genau das, was er trägt, ne? Es ist ja wohl ganz genau sein Stil. Warte, er braucht schon so Pantoffeln. Aus! Aus! Yes! Partykleidung. Also, aha, ja. Partykleidung is what we want. Yes, yes. Ja, es ist schon so der Typ, der eher so Party macht, ne? Wäre ja nicht mehr FSK 12, wenn sich hier welche naggespann. Aus! Yay! Ganz genau. Tschüss! Tschüss, Emi. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und schlaf gut. Paula auch an dich. Gute Nacht, schlaf gut. Schön, dass du da warst. Geh jetzt schlafen, denn schlaf gut. Emi, schlaf gut. Ihr habt ja gar nicht mehr alle frei, ne? Ist mir ja auch gefahren. Tschüss! Nee, wir brauchen irgendwie... Ich muss Mittwoch wieder in die Schule, Luisa, ja? Ja, das ist das, was ich fühle. Ich fühle es einfach bei ihm. Nee. Nee! Das Lied ist richtig cool. Ich frage mich schon so sehr auf Latein. Ich glaube auch, das riecht so sehr auf Latein. Oh Mann. So, was ziehen wir für Schuhe an hier? Oh, Männer auch noch, ne? Männer sind immer so kompliziert anzuziehen. Das hat halt Flady Daddy schon an. Das können wir eben nicht anziehen. Hallo, Leni. Hallöchen. Wie geht es dir, Leni Marie? Alles gut? Latein Never Ending Story bei dir? Nee. Ich vermisse meine Lehrerin so. Ja. Ja, ja. Klar. Oh, ein richtig fescher Boy jetzt. Aber richtig fesch. Ich muss kurz was trinken. Ich muss kurz was trinken. Best Friends Forever halt. Ich glaube auch. Da haben wir doch... Ja, guck mal. Ah, das ist doch gut. Er ist einfach auch so ein richtig scary Typ, ne? Leider gerade so ein kleines Tief, aber das wird wieder... Oh nein, Leni Marie. Ich hoffe, wir können dich ein bisschen aufmuntern. Bin wieder da, Baby. Ich glaube, meine Familie wäre auch nackig. Oh no. Oh no. Sonst noch wer, der gerne Sims hergeben möchte? Wer hat einen Sim? Fleckhob, du hast doch gesagt, du hast, oder? Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Na dann, Lili? Wie war, wie war dein, 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 dein Dings nochmal? Es war so cool. Es war auf jeden Fall 1,58. Wie war's? Ich hatte gerade keine Söser-Shirt. Langeweile, stimmt. Langeweile, 1,48. Lieben wir. Meine Sims 3, Vampire Simpapa, aber die kann man ja nicht überspielen. Also ich habe auch, aber habe meine noch nicht hochgeladen. Ach so. Ah, das stimmt. Lilly hat ja immer dieses mega-schöne Sims. Oh mein Gott. Lilly, hast du ein Vampire? Aha. Space. Lilly, so süß. Oh mein Gott. Die ist ja auch süß. Lilly, ja Marie. Oh. Ach nee, Lilly, du hast ja keine, ne? Das ist Peck nicht. Das Peck nicht, wie gesagt, geht aber auch ein Magier. Die sind Sweet, ja. Das mach einfach. Zum Vampir, ja, würde ich auch machen. Machen wir dann einfach zum Vampir. Wie süß ist die denn? Coco ist ja süß. Süß. Nehmen wir Coco oder nehmen wir Lilia? Zweite von links oben. Ja, Lilia, ne? Lilia ist so süß. Kann man bitte so schöne Sims haben. Ja, Lilly ist so, ja. Lilly hat immer so schöne Sims. Tü, tü. Tü, tü, tü. Lilly ist einfach Talent. Hat sie, Anna. Hat sie. Ihre Sims-ID ist Langeweile 1,58. Ich gucke mir so ein bisschen Chloe-Vibes. Die würden auch gut viben. Stimmt. Stimmt. Hast du recht. Hast du recht. Hast du recht. Hast du recht. Ach. Oh, aber der Skin und alles ist drauf. Das ist perfekt. Das bedeutet, wir brauchen nur... Also LW 158, genau. Was wir merken, um direkt alles zu sprechen. Die sind so schön, ja. Also Wimpy so hoch, okay. Wowie, voll. Hab gesucht, aber geht nicht. Doch, 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 doch. Ich liebe ihre ID. Ich liebe diese ID von Lilly. Wir müssen jetzt was finden, was so ähnlich ist. Das ist ja auch so süß, ne? Ich glaube, dass du gelacht hast für mein Bild. Hä? Was? Mit Glatze, ist die beautiful. Ja, Glatze steht hier halt wirklich. Mein Gott, es hat hier gerade geknackt, ne? Es hat hier gerade geknackt und ich dachte wirklich, Katastrophe hat schon wieder so einen gruseligen Sound benutzt. Ich sag's euch. Boah, ich hatte gerade richtig Panik plötzlich. Oh, die sind schön. Nehmen wir die? Für Insta-Pst. Du süßes Kringel. Dankeschön, wenn ihr Storys macht. Ich freue mich da richtig drüber. Dunkle Locken wären heftig. Dunkle Locken würden ja auch stehen, ja. Ich finde, ihr würden halt auch so diese... Ihr steht hier voll gut, ja. Du schaffst mir gerade so einen Safe Space. Meine Bits sind doch leer. Ich vertraue dir nicht. Vorhin hast du gesagt, du hast Gehalt gekriegt und es ist dir egal. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst, Katastrophe. Ich habe in der Story das erste Mal was ausprobiert und ich bin stolz drauf. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Nein, ich freue mich. Ich freue mich. Ihr seid so süß. Ich finde, ihr passt auch so dieses Markante, wisst ihr? Dieses schon irgendwie perfekt so und fliegt. Wisst ihr, wie ich meine? Sonnenblümchen, wie hast du es gemacht? Ne, okay. Die hat sie als... Mein Hund ist so süß, ich kann nicht mehr. Wollt ihr mal was sehen? Soll ich euch was zeigen? Weil du sagst, mein Hund ist so süß. Hat sie Sachen ohne Custom Content? Ne. Sieh, sonnenblümchen, soll ich euch was zeigen, weil ihr sagt, mein Hund ist so süß. Zeig uns was. Okay, dann müsst ihr kurz warten. Wartet kurz, okay? Nicht weglaufen. Ich zeige euch jetzt was. Aber nur kurz. Ich zeige euch jetzt mal. Pass mal auf. Ich bin wieder da. Also. Die Mausi kennt ihr ja, ne? Wartet. Ups, falscher Knopf. Hilfe! Wartet. Die waren gerade bei meinem Mann im Schlafzimmer, deswegen ist sie ein bisschen verpennt. Ihr kennt sie ja. Meine Jogi. Ne? Deswegen ist auch der Stream ausgefallen, weil wir beim Tierarzt waren, weil die Maus eine Magenschleimhautentzündung hat. Also da geht sie im Moment nicht ganz so gut. Ja. Die kennt ihr. So und jetzt passt auf. Guckt mal. Ihr habt jetzt ganz, ganz tollen Content. Oh, Pippi, ja. Aggressive, kleine Piranha ist das. Seht ihr? Aggressiv. Sie ist ein Baby. Sie ist ein Agro-Baby. No, ja. Ja. Sie ist ein Aggro-Baby. Ein kleines Aggro-Baby. I'm just a baby. Ja. Wusste nicht, dass du noch einen Hund hast. Doch. Ich hatte ja zwei, aber mein anderer ist ja gestorben. Ähm. Und. Ja. Für uns stand die ganze Zeit schon fest, dass wir wieder einen wollen. Das war für uns ganz klar ein Zweiten, für Juki eben. Und es hat sich jetzt dann so ergeben. Und eigentlich wollten wir erst im August einen Zweiten. Ja. Und da ist sie jetzt. Ein kleines Aggro-Baby. Lieben wir ja. Ja. Da ist sie jetzt. Das war, wie gesagt, überhaupt nicht geplant. Ja. Und wir sind sozusagen auf den Hund gekommen. Deswegen habe ich auch. Ist es ein Dackel? Wenn ja, ich liebe Dackel. Es ist ein Dackel. Es ist ein Dackel. Ja. Und so ein Süßi. Ja. Und ich habe immer noch sehr, sehr zu kämpfen mit dem Tod meines anderen Hundes. Weil sie war einfach mein Seelengefährte. Und ja. Und irgendwie sind wir dann zu ihr gekommen. Es war, wie gesagt, überhaupt nicht geplant. Aber jetzt ist sie da. Und ja. Manchmal kommt es so, wie es soll. Ja. Und es ist wirklich so. Es kommt, wie es soll. Und da ist sie jetzt. Und wollt ihr wissen, wie sie heißt? So hieß sie schon vorher. Denn wir haben sie seit sie 14 Wochen ist. Ja. Ja, tell us. Chris, kannst du bitte mal das. Nein, Agro Baby. Ihr Spitznamen ist Piranha. Chris, du hast jetzt die Aufgabe, den Knopf zu drücken, damit die Leute wissen, wie sie heißt. Weil Chris, du weißt, was zu tun ist. You can do this, Chrissy. Also, wie heißt sie? Ich hänge fest. Wie heißt sie? Schneewittchen? Ja, Lilly. Schneewittchen. Sie heißt wirklich Schneewittchen. Tatsächlich, ja. Schneewittchen, ja. Oh mein Gott, wie süß ist der Diana Miss. No, nicht ernsthaft. Doch. Schneewittchen, ja. Ernsthaft. Wie süß. Schneewittchen. Und sie hieß davor schon so. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, nee, ich will den Namen behalten. War ein Zufall. Ich glaube es nicht. Ich dachte zuerst, Gubbel. Wäre auch was gewesen. Wäre auch was. Sie fühlt sich zumindest auch auf wie ein Gubbel, ja. Das ist ein süßer Name, ja. So heißt sie. Wie das alles zusammenpasst. Ja, sie hieß tatsächlich Schneewittchen. Und dann habe ich gesagt, nee, also. Der Name bleibt. Sie ist einfach so eine Zuckermaus. Wenn sie will. Sie kann aber auch ganz anders. Ne? Der Piranha. Ja, jetzt bleibt sie auf meinem Schoß. Wie alt ist die Maus jetzt? Ähm, 16 Wochen. Du darfst übrigens auch nur Lini sagen, wenn du möchtest. Alles klar, Lini. Schneewittchen passt mir die Faust aufs Auge. Und ich muss euch mal warten. Ich weiß nicht, ob sie es zulässt, ja. Ich weiß nicht, ob sie es zulässt. Aber, aber, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Sie hat einfach grüne Augen. Passt zwar jetzt nicht zu Schneewittchen. Eigentlich sollte sie braune kriegen. Aber sie hat grüne, leuchtende Augen. Spielzeug für meinen Kater. Warte ab. Warte ab, bis sie groß wird. Warte später, mein Hund Gubbel nennen. Ja! Nenn ihn Gubbel. Ist es jetzt wieder scharf, die Kamera? Oh Gott, ich bin voll rot. Ich war voll nervös, euch das zu sagen. Ich war voll nervös. Wie schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich meine, er ist schon 1,20, wenn er sich lang macht. Okay, wir machen weiter. Wir machen jetzt. Ich liebe sie. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich war richtig nervös, es euch zu sagen. Ja. Wo hast du deine ganzen Skins her? Stella, äh, gute Frage, woher ich die alle habe. Ganz lange gesammelt. Also meine Lieblingsskins, kann ich dir sagen, die sind von Remus. Remus-Skins sind meine Favourite. Hier, die sind von Remus. Mhm. Jetzt bin ich schon ein bisschen neidisch auf Chris. Alles geklaut, genau. Ich werde meinen Hund Chris nennen. Ja, oder Bill Simps, die kann man hier sehen. S-Club sind welche. Ja, ich habe ganz viele gesammelt. Und ja, aber die Sachen sind alle von Remus. Ja. Ja. S-Club. Ja. Aus Chris. Bester Name. Du musst nicht immer so aufgeregt sein. Alles gut. Aber was ist von dir? Ja, wisst ihr, die Sache ist halt, ich bin schon aufgeregt, weil es ist halt, das ist keine Frisur. Das ist, ähm, ähm, ein Ansatz. Dass wenn zum Beispiel du eine Frisur hinmachst, dass die nicht so abgeschnitten ist, wie hier. Jetzt siehst du da ein paar Haare auf der Seite und es ist nicht so abgeschnitten. Ähm, wo kann ich es dir noch zeigen? Hier. Siehst du? Das ist natürlicher dann einfach. Komm. Es muss noch vorne passen. Der Scheitel gehört nicht dahin. Der Scheitel ist nur dafür da, dass wenn du hier Scheitelfrisuren trägst, dass es dann halt nicht komisch wird irgendwie. Ach so, ja, ja. Ja, ja. Jetzt frisst sie den Stuhl. Hör auf! Nicht den Stuhl essen. Nee, den brauchen wir noch. Ja, und sie ist auf jeden Fall ein richtiger... Das ist meine Frisur. Nein. Sie ist ein richtiger Schreihals und so. Also wir haben gesagt, wir wollen eine Kurzhaarfrisur, ja? Oh, wie cool habe ich noch nie gesehen. Schneewittchen aus. Ganz genau. Ja. Ja, sie ist ein Dackel. Und man merkt auch, dass sie ein Dackel ist. Also sie ist... Sie ist... Ein richtiger kleiner Teufel. Kurzhaarfrisur, habt ihr gesagt. So ganz kurz, kurz? Oder sowas. Jum, 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 Stuhl. Ich höre auch ein Dackel. Ich bette meine Tante jetzt an, dass sie sich einen Dackel holt. Muss jetzt leider schon gehen. War wieder schön hier. Und gute Nacht euch allen. Gute Nacht, liebe Anna Banana. Schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Auch wenn du leider keine Benachrichtigung bekommen hast. Aber ich hoffe, du hattest trotzdem eine schöne Zeit. Auch wenn du kurz... So schulterlang. Nee, kein Korgi. Mein alter Hund war... Achso, oder bei deiner Tante. Weil mein alter Hund war ja auch Dackel irgendwas. Hatte mal jemanden zu Schneewittchen aus oder Pfui gesagt, bevor sie den Apfel bekommen. War super hier. Wie immer. So was. So schulterlang. Jetzt beschwert sie sich, weil sie will runter. Bei meiner Tante. Dann geht er runter. Sie war sogar, als wir letztens gestreamt haben, war sie sogar hier drin. Und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie nicht jault oder so. Damit, äh... Ja, damit ihr es nicht mitkriegt. So was. Clara, hello. Ja, aber jetzt habt ihr sie gesehen. Oh, so was. So was. Oder so was. Ich bin sehr neidisch, Janine. Clara, du Urlaubsmaus. Aber du hast doch deinen Mops. Oh ja, ist cool da. Finde ich auch. Lilly, was sagst du? Ist Lilly noch da? Ist das ja ihr Sim. No. No. Bin noch da. Lilly, was sagst du? Ist das ja dein Sim. Und auf Clara habe ich... Bin ich auch neidisch. Die ist auch einfach im Urlaub. Ich finde es schön. Das ist schon ihr. Das. Das. Herzlich willkommen in der Wüste. Stella Jolie. Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen. Vielen, vielen Dank für deinen Follow. Die erinnern mich an Viola von Cheer and TM. Ja, genau. Ich wollte es nicht sagen. Janinchen, wer ist das denn schon wieder? Hör mal. Das ist ein Sim von Lilly. Und wir stylen jetzt ein bisschen um. Ja. Erinnere mich auch an Viola. Hier können wir auch sogar in Rosa machen. Das hat for real was. Ja, irgendwie schon. We love the tone. Da, 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 da. We love it Danke Chris Für die 250 Bitsis Party Viola bist du's Oh cool, ja Wenn du Lilly sagst, schaut mein Hund her Ach sie heißt Lilly, stimmt Get a new remote Yay Wie cool Wilde Party heute Wir sagen mal, ja Wieder, genau Ja, ja, ja Party Party in der Hood Und ihr seid nicht ready für die anderen Ihr seid nicht ready für die anderen Ich sag's euch Ihr seid nicht ready Janine, was war da schon wieder los? Wir wissen es nicht Also wir hätten den hier noch Die, nee, die ist super alt Ja, und da wollen wir halt einfach For real die nehmen Weil ihr sagt ja Irgendwie gefällt's euch Lilly, was sagst du? Gefällt's dir? Let's go, der Hase Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her Es ist interessant Nicht ins Ohr atmen, Katastrophe Nicht ins Ohr atmen, nur Party machen Nicht ins Ohr Also Lilly ist nicht deins Findest du hilflich Darfst du ruhig sagen Es ist dein Simp Ich will nicht, dass du dir danach denkst Boah, warum hab ich ihr nur gesagt Warum hab ich ihr nur gesagt Ich hab Sims Ich komm immer noch nicht drauf Klar, wie süß Schneewittchen ist Oder Sowas ist auch cool Aber es passt nicht Nee Nee Blü, 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 blü Was ist blü, blü, blü? Pew, pew, pew We going on the bang bang like thunder Bang bang like thunder Do 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 We love it Okay now Pew, pew, pew This is it, this Das Hab einmal einen Minidackel gesehen Seitdem liebe ich die Oh mein Gott Denn so süß ist sie Sie ist ein kleiner Also sie ist ein Zwergdackel Die wird nicht mehr groß Sie wird nicht mehr groß Sie wird nicht mehr größer We going on the Was wildes Lockeres So was Ich komm dich besuchen Janine Das hier Herzlich willkommen in der Wüste Something else cat Herzlich willkommen in der Wüste Schön, desto darf ich Was geht dir gut Hallöchen und vielen Dank Für deinen Follow Hi Hallöle Das Das ist süß Das ist schon sehr süß Das ist süß Oh, das hat was Finde ich auch Finde ich schon richtig cute Finde ich cute Und sie hatte ja auch Diese große Brille Ist schon Ist schon was süßes Also die ist schon eine süße Die Frisur davor Das war die Frisur davor Fahre ich halt keine Ahnung Wie viele Stunden Ich will diesen Hund knudeln Ja, we love this Ist aber halt nicht so eine Brille Die macht sie zu brav Einfach Lehrerin plötzlich geworden Oh mein Gott Lieben wir Hä, die ist süß Die ist süß Nimm mich unterwegs mit Oh Oh, ihr Süßen Wir machen halt einfach mal ein Treffen Können wir doch machen Nennen sie ja den kurzer Frisur So richtig kurz Achso So richtig kurz Hat was Böses Aber auch was Cutes Irgendwie Finde ich auch Ja, aber sicher Muss dann zwar umweg fahren Aber egal Machen wir halt Machen wir ein Treffen Gar kein Problem Hier Hier hätten wir die schwarzen Locken Die Luisa wollte Mein Gott Ist halt auch echt süß Also wenn ihr noch einen Platz habt Würde ich gleich mit einsteigen Was Hattest du schon an ihr dran In blond Ganz kurz Die haben wir noch Ja egal Du musst mich mitnehmen Die Sind auch süß Die Sind auch süß Die Sind halt so richtig kurz Aber die Sind nicht so der Vibe I don't like you that Ganz kurz Wisst ihr was wir machen Wir machen halt einfach mal Weiblich raus Und machen Mendes rein Das ist cute Ich wäre auch dabei Hier No Runtergerutscht Bin ja nicht runtergerutscht Stella Oder Warte Die Richtung muss ich rüber Das ist halt Richtig kurz Ne Sagt ihr zu sowas Steht ihr Ja steht ihr Tatsächlich Oh die ist süß Die ist süß Die ist wirklich Wie süß Exakt das Das hier Wenn wir das hier Richtig lange Haare Aber kurz stehen Die auch wirklich gut Ja Finde ich halt auch Finde ich Steht ihr auch richtig gut Muss ich ehrlich sagen Kurz findest du besser Oh Wow Guckt mal hier So mit Übergang Schön Das finde ich schön Also das finde ich richtig schön Sieht alles gut aus Warum ist das immer so schwer Ja Das erste kurze Die du drauf hattest Eben Mit blond und schwarz Aber die ist auch super cute Die finde ich halt richtig cute Die finde ich halt richtig cute Also ihr meint das hier Die finde ich halt Ich glaube Finde ich irgendwie ein bisschen Too much Wisst ihr wie ich meine Die ist schon saukrass Also ich finde die andere schöner Ups Wo ist sie hin Ich hab sie verloren SOS Affenalarm Zieh die Stäbe raus Doch pass gut auf Viele sitzen oben drauf Wenn sie fallen ist Frist aus SOS Affenalarm Dieser Übergang Wow Finde ich auch Hat jemand einen Tipp für mich Wenn ich ans Tablet wechseln will Aber über den Browser Auf Twitch Wer wegen Moddingen Dann schickt der mich immer in die App Kann ich das umgehen Ich glaube nicht Mach ich den dann auch ein wenig lieber Die andere ist lieblicher Ja finde ich auch Finde ich auch Ich finde die sehr schön Die Piranha ist wieder da Da ist der Piranha wieder Oh Gott Geh bitte zu The Voice Ich Ganz sicher Die lachen sich direkt Die lachen mich einfach direkt aus Nicht den Plumbob essen Aua Aua Nein Sie ist einfach so aggro Sie ist einfach richtig aggro Ich geh zu The Voice Ja eben Christmas zu The Voice Ja die sind am Anfang immer so Piranhas Das ist wirklich schlimm Piranha Wittchen Ja Wenn man auch keine Leute im Fernseher zeigt Okay also nehmen wir die Ich hätte gerne irgendwas für ihre Haare Mein Gott Oh mein Gott Sie ist einfach so schlimm Sie sind einfach so böse manchmal Was kann ich sagen Except You're welcome What a type of sun The sky Melly Hello Hallo Melly Vielen Dank für deinen Raid Hallo ihr lieben Raider Hallöchen Hallo Melly Was habt ihr gespielt? Hi Sie ist so richtig aufgeregt Warum schreist du so? Die dann bei The Voice Bibbidi-Babbidi-Boh Genau The lucky beat Hallo Hallöchen Stadio Valley Stimmt Hast du ja heute gespielt Stimmt Und wie war's? Wie war's? Wie war's? Herzlich willkommen in der Wüste. The Lucky Beat. Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Geht ihr gut? Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Hi. Sie muss runter. Das wird so nicht. Sie will einfach aus der Bunny-Tasse beißen, äh trinken. So wird es nicht. Ich will Chris jetzt singen hören. Ja. War gut, sind schon mitten im Sommer. Noch drei Streams. Haha, oh wie schön. Wie schön. Nein. So nicht. Sie schreit vor allem immer, ne? Wenn sie was nicht darf, sie ist so richtig... Was geht ihr, Gummels? Hallo, Millie. Gummels, 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 Gummels. Wie geht es dir? Hallöchen. Wow. Ihr Mädchen aus, ganz genau. Brauchen irgendwas für ihre Haare. Ich muss sie, ich muss sie wieder zu meinem Mann bringen. Die... Die will hier nicht. Wo ist die Mausi da? Die Mausi? Winsel, 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 Winsel. Ja, ja, ja. Wartet, ich zeig euch was. Ich zeig euch was. Ihr werdet euch kaputt lachen. Wartet, bis auf. Wartet. Wie geht's nicht heute ins Wasser? Ich war in der Badewanne, ja? Könnte ich nicht wirklich die Badewanne nehmen. Da ist Seife drin, sonst würde ich's machen. Da ist Seife drin, da geh nicht rein. Ist nicht gut für dich. Sie würde gerne. Guck mal. Nein, nein, geh runter. Nur mit den Noben. Nein. Es geht nicht. Wie süß, oder? Wie süß. Und sie schimpft sie, weil sie mit in die Badewanne will, einfach. Oh mein Gott. Und jetzt schimpft die andere mit ihr, weil sie jammert. Also ich schmeiß die zwei Mann wieder raus. Einen Moment. Kommt mit. Los. Okay. Ich bin wieder da. Oh. Oh, ja. Süß. So, jetzt konzentrieren wir uns. Wir wollen diesen Sim noch machen, ja? Sonst wird es nichts mehr. Melly, bist du noch da? Da ist mir Melly voll untergegangen. Voll lauter Hund. Das tut mir voll leid. Melly, vielen, vielen Dank nochmal für deinen Raids. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen untergegangen ist. Danke. Ah. Du bist so doof. Sehr gerne. Alles gut. Ein riesiges Herz für dich, Melly. Und ein Küsschen. Ich würde mich dann auch direkt verabschieden. Ich bin ziemlich müde. Du musst ja auch morgen wieder arbeiten. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Träum süß, Melly. Ruhe dich schön aus. Und dann bis bald, meine Liebe. Bis bald. Screaming Melly, herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Dankeschön. Ah. Was war das? Ja, das war die Katastrophe. Katastrophe. Vielen Dank, Melly. Vielen, vielen Dank. So, wir suchen jetzt ein, ein... Wir suchen jetzt was Schönes für ihren Kopf. Was könnten wir ihr aufsetzen? Was passt, Leute? Gerne wieder. Katastrophe. Weißt du, du hättest Party machen können dafür. Party hätten wir machen können. Sie sieht es halt auch einfach nicht ein, ne? Sie sieht es nicht ein. Sie ergötzt sich an diesen Erschreckern. Sie ergötzt sich daran. Der Name ist halt einfach perfekt. Hab ich mich erschrocken. Die 200 Witz waren eine gute Investition. Wer ist das? Mit wem ist die verwandt? Ich brauche Aufklärung. Hä? Ach, der Sim. Der ist von Lily und wir stylen den um, damit er bei Chloe einziehen kann. Also, ja. Aber Schleifchen oder so passen nicht zu ihr. So was kriegt sie. Ein Maulkorb, weil sie ja Vampir wird. Mhm. Maulkorb. Nee, nee. Ein Krönchen. Oder kriegt sie überhaupt nichts? Oh mein Gott, ist das süß. Da la radula, menschigabula. Bibbidi babbidi buh. Fügt sie zusammen und mach was da raus. Bibbidi babbidi, bibbidi babbidi, bibbidi babbidi aus. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. You're welcome for the time, for the sun and the sky. Hey, it's okay, it's okay. You're welcome. I'm just an ordinary, ordinary guy. Hi, hallo, Lexa Luxus. Hallöchen. Wie geht's dir? Vielen Dank für deinen Raid. Und hallo an dich und alle Raider. Hallo. Hi, Fancy Raid. Hallo. Was habt ihr gespielt? Hi, schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Ein Gubbel an euch. Guten Tag. Gubbel, 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 gubbel. Hallo. Schokonati. Hallöchen. Fancy Raid. Hallöchen. Rainbow Venus, Sweetie. Hallöchen. Auch an dich. Hashtag Fancy Raid. Hallo. Ach man. Ach man. Na, was habt ihr gespielt? Sims 4 habt ihr gespielt? Was habt ihr in Sims gespielt? Was habt ihr gemacht? Mausen. 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 Wunderschön war das. Wunderschön. Ich finde, es steht hier halt einfach nah. Es ist so süß. Dieses Habern ist irgendwie so süß. Es ist halt ein bisschen glitschig, aber es ist so süß. Was machen wir, Leute? Was machen wir? Tut mir leid, Clara. Also wenn du, wenn es da drauf bezogen ist. Ja, ja. Darauf ist es bezogen. In Sims 5 gibt es Multiplayer. Echt? Es steht es fest. Ja, wir haben Sims 4 gespielt und ein Haus für eine Challenge gemacht. Oh, wie schön. Danke für das hat Bani. Katastrophe. Dankeschön. Ich habe mal bei Sims 4 Stream durchgestimmelt und deine fancy Sims-Inhalte gesehen. Oh, da habe ich gedacht, wir schauen mal vorbei. Vielen Dank, Lexa Luxus. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Einmal nett sein. Herzlich willkommen in der Wüste. Schokonati, herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Herzlich willkommen in der Wüste. Und Lexa Luxus, auch an dich. Herzlich willkommen, du wüsste schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Dankeschön. Danke und danke für deinen Rate. Ich danke dir. Richtig lieb von dir. Freut mich. Freut mich. Also, wir spielen die Black Widow Challenge mit unserer Chloe. Aber Chloe ist gerade nicht hier zu sehen, denn wir haben gerade Sims aus der Community zu uns geholt. Die sind jetzt hier in unserer Family. Und wir stylen sie gerade um, dass sie bei uns in den Spielstand passen. also nicht groß, aber sie hatte leider keinen Also, ich hatte leider nicht den Custom Content, die die liebe Lily verwendet hat. Und deswegen müssen wir sie ein bisschen umstylen, so, dass sie bei uns reinpasst. Und da sind wir gerade dabei. Also, wenn ihr einen Sim habt, wo ihr sagt, Mensch, der würde voll gut in die Black Widow Challenge passen. Und, ähm, ja, wenn ihr euch fragt, in welche Black Widow Challenge Ausrufezeichen Socials, da kommt ihr auf alle meine, ähm, Social Media Kanäle und auf YouTube. Und wenn ihr da das erst, den ersten Teil von der Black Widow Challenge anschaut, da ist der Trailer von unserer Chloe. Und da lernt ihr sie so ein bisschen kennen und lernt den Charakter kennen. Und, ähm, kleiner Spoiler, die liebe Chloe ist ein Vampir. Also, ihr könnt gerne Vampire erstellen und, ja, du machst noch allen Angst, ja. Sie macht allen Angst. Gute Nacht, gute Nacht, Sabine. Schlaf gut, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht und bis morgen vielleicht. Bis morgen. Ciao, ciao. Hat sie Ohrringe, Lily? Ist Lily noch da? Oder haben wir sie jetzt verschreckt? Hat sie Ohrringe? Tell me why! Ain't nothing but a heartache Tell me why! Janine, ich hab einen Sinn! Ja, dann sag, Olivia! Oh mein Gott, guckt mal, ihr habt so recht gehabt. Das steht ihr einfach so gut, ne? Es ist so süß! Mein Gott! Welche Brille hatten sie hier? Sie braucht ihre Brille noch. Wo ist die Brille? Wo ist die Brille, die wir hatten? Ist das eine männliche Brille gewesen? Da ist sie doch. Janine, bist du wieder blind? Tell me why! Beim Sport hat sie keine, beim Schlafen ist sie naggisch. Okay. Okay. Nee. Der Sim heißt Angela. Oh no! Oh no! Katastrophe, ey. Jetzt haben wir wieder ein Ohrwurm. Ich heiße Angela. Hallihallo! Ich lade Schein zu meiner Show. Meine Freunde kommen auch dazu. Leider auch die blöde Ninikuh. Ich hab das einmal für dich gemacht, deswegen brauch ich die Caption nicht. Okay. Muss ich jetzt Angst haben? Uh. Uh. Es sieht so eine cute Maus, ne? Lieben wir! Ein Schmetterling. Ein Schmi-Schma-Schmetterling. Ich muss gerade im Keller schlafen, weil ich kein Bett habe. Jetzt bin ich gerade mit meinem Tablet in den dunklen Kellerraum. Es war kein Licht an und plötzlich so eine laute Männerstimme. Tell me why! Ich hab den Schock meines Lebens bekommen! Oh mein Gott, schlimm. Schlimm, warum? Du Arme! Oh, wie süß! Lilly! Du übertriffst dich halt auch immer selbst, ne? Ach, süß. Süß. Tell me why! Tell me why! Tell me why! Ich muss leider morgen früh raus und kann leider nicht länger bleiben, aber ich werde bestimmt noch mal vorbeischauen. Oh, du bist auf jeden Fall sehr sympathisch und ich wünsche euch noch einen schönen Stream und eine gute Nacht. Lexa Luxus! Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Schlaf gut, träum süß. Vielen Dank für deinen Rate und vielen Dank für deinen Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich! Und ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommst. Bye, bye! No, die arme Maus! Ich bin so zusammengezuckt! Solange das Tablet nicht geflogen ist, ist alles gut. Unsere Musik ist aus, wir gehen nach Haus. Rap-bimmel, rap-bimmel, rap-bimmel. 3-Stunden-Videomaterial für YouTube. Ja. Leute, ich muss den 6-Stunden-Stream auch auf YouTube hochladen, ne? Wisst ihr Bescheid? 6-Stunden-Video, wer schaut denn sich das an? Das kann man sich anmachen, kurz bevor man schläft. Wenn man früh aufwacht, dann ist es wieder fertig. 6-Stunden-Stream. Guckt sie doch keiner an. Ich gucke mir das an. Also, äh, äh, Wie war's? Livi-Kiwi war's, ne? Livi-Kiwi. Schade, kein Herzinfarkt. Hä? Wie sie was? Gute Nacht. Livi-Kiwi. Ich schaue mir das an. Echt, Stella? Ich gucke sie mir an. Ah, Livi-Kiwi. 1, 2, 3. Livi-Kiwi 1, 2, 3. Ist das die Angela? Vorsicht, Janine. Ich heiße Angela. Hallihallo. Ich lade euch ein zu meiner Show. Meine Freunde kommen auch dazu. Und leider auch die Mimikun. Aber. Aber. Du hast mein 12-Stunden-Stream nachgepuckt. Oder nicht? Stella, wie süß. Wirklich? Es soll doch schön werden, oder nicht? Katastrophe. Soll das jetzt heißen, es ist nicht schön? Ist es nicht schön, ja? Ist doch wunderschön. Es ist schön. Es ist wunderschön. Schau mal vor, ich hätte jetzt ersetzen geklickt. Ich glaube, dann hätte ich mir einfach die Kugel gegeben. No. Äh, das wollte ich machen. Ja. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Stella ist so süß von dir. No. Das ist die Angela. Hallihallo. Ich lade dich ein zu meiner Show. Machst du mal 24-Stunden-Stream auf gar keinen Fall, Paulina. Niemals werde ich das tun. Bin heute aber das erste Mal im Chat aktiv dabei. Voll süß, Stella. aber ich freue mich, dass du es schreibst. Ich freue mich total. Ähm. Nee. Also 24 Stunden, nee. Was soll ich machen? Also 12 Stunden, ne? Und dann, dann guckt die mir danach beim Schlafen zu, oder was? Äh, äh. Nee, nee. Menschen, der Konter hat mir so Albträume verpasst. Ja, oder? Sie ist einfach gruselig. Sie ist einfach Next Level gruselig. Und diese Maus ist einfach so süß. Du siehst so richtig aggro. Ha! So, warte. Wir brauchen jetzt die komische Frisur mit dem Scheitel in der Mitte, weil, äh, Na? Guck mal. Ist auch eine Frisur. Süß. Lieben wir. Tupu? Nee, sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Hey, ihr steht es halt einfach auch so gut. Crazy! Okay, also, ihr müssen jetzt ein anderes... Oh, 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 Janine, sagt niemals nie. Weißt du, Atta? Ich hab's mir gedacht, aber ich wollte es nicht laut aussprechen, weil wenn ich es ausspreche, dann ist es so real, verstehst du? Aber ganz ehrlich, nee, also jetzt... Ach so, ja! Ja, ja. Aber jetzt mal ehrlich, ähm, 24 Stunden Stream, was, was, was? Wieso? Also, dass ich mich dann hinlege und schlafe oder so? Keine Ahnung, also, ich möchte es ungerne, dass mir jemand beim Schlafen zusiegt. Ich kannte Angela nicht und hab sie mir wegen euch mal angeschaut. Hätte ich lassen sollen. Guck mal, ist das nicht süß? Schaut mal, wie süß. Aren't you a fan? Oh, ja. Aber ich hab sehr, sehr viele, sehr viele Creators. Stella. Sehr, guck mal. Guck mal, Stella. Ihr, mh. Stella. Tada! Hab keine süßige Sucht. Nee! Ich doch nicht. Ja, ich würde das lassen, weil ich find's süß und ich würde sie jetzt so richtig putzig machen, weil ich find, sie gibt mir so diese putzigen Vibes und deswegen bekommt sie jetzt auch an so ein Schleifchen oder sowas. Oh, ja. Oh, it's so cute. It's so fluffy! Hey! Heute drehe ich ab. Oh mein Gott. Leute, es ist die perfekte Frisur für Schneewittchen dann einfach. ach. It's so fluffy! Ich glaube, ich gehe für heute. Gute Nacht. Gute Nacht, Lilly. Schön, dass du da warst und vielen Dank für deinen Sim. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsch dir eine wunderschöne Nacht. Schlaf gut, Lilly. Schön, dass du da warst und dein Herzchen an dich. Bye, bye. Ich bin da ganz bei dir, fände das voll komisch, wenn mir Menschen beim Schlafen zugucken würden, die ich nicht privat kenne. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's auch mega komisch. Danke, bitteschön. Wenn Freunde da sind oder so und ich dann halt einnick oder sowas. Ich find das voll unangenehm. Also es ist schlimm für mich. Also jetzt ehrlich, ich find das richtig, richtig schlimm. Die Frage ist halt jetzt wieder, was passt, ohne dass es wieder komisch aussieht. Oh Gott, hier. Ding. Katastrophe. So, der gemeinste Mensch geht jetzt mal ins Bett. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und für die bösen Menschen einen noch besseren Abend. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, Fisi. Schön, dass du da warst. Schlaf gut. Bye, bye. Ja, quack. Oh mein Gott. Alles in Ordnung? Was, was, was? Hammer. Hammer, oder? Also es ist ja... Der ist doch schön. Wunderschöni. Geil. Ich find nicht das, was ich will. Ich bin traurig jetzt, weil ich nicht das bin, was ich will. Süßi. Sie ist so süß. Sie ist einfach so süß. Sehr schön. Guckt mal. Ich mag sie. Einfach cool, oder? Also ich find ihn auch wunderschön. Ich find ihn einfach schön. Sie wird so der wie eine Granger Vampir. Ja, genau. Süß. Ja. Guckt mal. Hält sich an alle Regeln und so. Sie ist halt auch so, wisst ihr, der Ballerina-Typ. Wisst ihr? So was. Ja, guckt mal. Ah. Fühl ich bei ihr. Guckt mal, wie süß. Ich hab immer in Sims meine Oma und ihren Loverboy gefunden. Was? Ich mach auch gerade Sims für dich. Oh, wie schön, Fleckhob. Wie schön. Die schauen wir uns dann aber nächstes Mal einfach an. Ich style die jetzt aber nicht komplett, komplett um, weil sonst sitzen wir morgen noch. Also das Alltagsoutfit ist wichtig. Abendkleidung ist Gott sei Dank nicht ganz so wichtig. Katze Angela, Hallihallo. Du, du, du. Wie lange bist du denn noch live? Stella, nicht mehr lang. Ich hab die, die mal erstellt und hab die eben gefunden. Bezog sich auf das It's so fluffy. Das war sehr, naja, energisch. Ach so. Ja, ihr kennt mich doch. Ich bin doch immer euphorisch bei der Sache. It's so fluffy. Ey, wisst ihr was? Ich muss, ich muss euch, ich muss euch unbedingt, ich muss es euch zeigen. Ich halte es nicht aus. Ich kann nicht warten, bis es irgendwann passiert, Leute. Ich kann nicht warten. Ich muss es euch zeigen. Pass auf, ich zeig euch jetzt, ich zeig euch jetzt, sie schaut wie Schnippchen aus mit den roten Wangen und den schwarzen Hangen. Ja! Ich, also pass auf. Pass auf. Achtet bitte auf die GIF, okay? Ich hab mir sehr viel Mühe gegeben beim Raussuchen dieser GIF. Are you ready? So, jetzt pass auf. Das sind die 500 Bits. Das ist ein Test, bitte alert. Ich muss euch zeigen, pass auf. Geil, pass auf, Katastrophe, Katastrophe. Du wirst, du wirst, Achtung. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt, jetzt, jetzt kommt der Höhepunkt. Achtung. Achtung. Paulina, wie kommst du drauf? Ich lief's. Ich muss, ich muss jetzt einfach zeigen. Ich bin einfach so stolz da drauf. Ist das nicht geil? Ich kann nicht mehr. Hammer, oder? Und überall der Hase und er fühlt's richtig. Ich mein, guckt euch die Steigerung an einfach. Erst das. Und dann kommt er so, ja, very good. Und dann so richtig. Dann kommt er. Ja. 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 Und dann der Höhepunkt, ey. Er bricht einfach ab. No. Ich liebe es. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr aufhören zu lassen. Ich hab's, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Das sieht so falsch aus. Zu gut. Es ist so gut. Paulina, nur so falsch, wie du denkst. Nur so falsch, wie du denkst. Ich muss, wisst ihr, ich musste so lachen, als ich das gesehen hab. Und dann dachte ich mir einfach, es ist genau das Richtige für meine Community. Ihr werdet euch so amüsieren da drüber. Da dachte ich, nee. Es ist einfach genau das Richtige für euch. Ja. Oh mein Gott. Du kennst unseren Humor, oder? Es passt doch perfekt. Es passt doch einfach perfekt. Ich wusste, dass ihr euch da drüber amüsiert. Und wie er so, wie er so jammed. You sent me right into the space. Und er so richtig na, da, da. Lieben wir. Lieben wir. Ich bekomme das Bindig aus meinem Kopf. So, er wiggelt. Ja, oder? Hammer. Ach ja. Ich hab euch gesagt, es ist der Hammer. Ich hab's, ich hab's euch gesagt. Ja. Wir lieben's. You sent me right into the space. Wie heißt der Song mit dem Hands High? Welchen meinst du? Welchen Song meinst du? Kennst du? Ja, wisst ihr, ich saß gestern so ewig und ich hab irgendwie, was weiß ich was. Ich glaub, 100 Lieder reicht nicht. Für Bits sind die, aber welcher? Für Bits sind die Wüste. Was meinst du? Welchen Sound? Und ich hab jetzt viele vorgespielt. Was hat der, was hat der Hase gemacht? Hab ich schon erzählt, dass mir neulich auf einmal mein Grundschulklasse auf Insta gefolgt ist und jetzt immer meine Story schaue? Crazy. Oder cringe. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall merkwürdig. Ich glaube, das war der für 750. Ich hab die alle schon umbenannt, also die... Sag ich dir nicht, Katastrophe, weil du mich die ganze Zeit so ärgerst. Das ist ein Test, bitte laut. Ha ha ha! Warte. Ähm... Das ist eine gute Frage, warte, warte. Ich kann sie gar nicht beantworten. Ich kann es dir echt nicht beantworten. Ich müsste da jetzt nachschauen. Ich kann es dir dann sagen, morgen oder so. Ich sag es dir morgen. Den habe ich vor Ewigkeiten mal runtergeladen. Und habe den jetzt dafür bearbeitet. Ganz genau. Oh, Stella, gute Nacht. Schlaf gut. Und vielen, vielen Dank. Leni, du auch. Gute Nacht. Ihr süßen Hasi, schlaf gut und träumt was schön ist. Du auch, Leni. Schön, dass ihr beiden da wart. Schlaf gut, träumt sie es. Und vielleicht bis morgen um 12. Ein Herzchen und ein Küche. Für euch, gute Nacht. Ciao. Aber der ist halt auch so geil. Lieben wir. Hallo Letty, Loni. Hallo. Oh ja, bis morgen. Bis morgen, Leni. Okay, danke dir so. Ja, ich gucke später mal nach. Oder ich schicke es dir auf Insta dann. Ich müsste jetzt aber die Lieder durchgehen. So, wir machen jetzt schnell den Sim fertig. Und dann muss ich mal beenden. Morgen um 12 ist gebombt. Gebombt gleich, Stella. Bam! Herzlich Willkommen in der nächsten Tour. Letty Loni. Herzlich Willkommen, du wüsstest du, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Hallo. Neben dir. Frech. Katastrophe. Frech. Geht schon wieder los mit dir, ne? So, wie gesagt, wir machen jetzt hier nur ganz schnell noch den Sim fertig, weil wir sind, wir sind schon wieder drei Stunden YouTube Material. Ne. 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 Sie ist so süß, so unglaublich süß. Ja, oh mein Gott, süß. Ne, geht aber nicht, geht nicht. Geht nicht. Ah, ah, ah. Hallo, liebe Raider. Nadino, Hallöchen. Jasmin's kleine Wald, Hallöchen. Geske, Hallöchen. Nadino, hey. Night Spirit Eva, hallo. Hallo, ihr Lieben. Hi. Hallo, Sebastian. Hi. Na? Dankeschön für deinen Raid. Hallo. Herzlich willkommen in der Wüste. Night Spirit Eva. Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Buddy, hallo. Jasmin. Guten Abend, Hallöchen. Sebastian, herzlich willkommen in der Wüste. Auch an dich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Und vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen in der Wüste. Geske, auch an dich. Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Und auch dir vielen Dank für deinen Follow. Aber die Avocado. Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und auch an dich. Vielen Dank für deinen Follow. Und natürlich Nadino. Herzlich willkommen in der Wüste. und vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ein Herzchen an euch. Was habt ihr gespielt? Hallo. Herzlich willkommen, du bist da. Jasmin, herzlich willkommen, du bist da. Schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ich habe gehört, Black Widow Challenge. Yes, Eva. Wir spielen die Black Widow Challenge aber ein bisschen anders. Denn, denn unsere Black Widow ist ein Vampire, wird der perfekte Sim, macht alle Jobs, alle Fähigkeiten, möchte alle Bestreben vollkriegen und ist dann auch noch eine Black Widow. Yes. Jede Menge gebaut, jede Menge gepflanzt in Sims, kann es nicht mehr sehen. Oh no. Oh mein Gott. Und, seid ihr gut vorangekommen? Erst Sims und dann Mörbis on streamen. Wie cool. Wie cool. Twitch ist ein Dorf. Ja, das stimmt, ne? Wenn man so seine Leute kennt, ist es so. Ist so. Manchmal ist es so. Hallo Milchen, schön, dass du da bist. Hallöchen. Hi. Ja. Und wir gestalten gerade die Sims aus der Community um, denn wir brauchen Sims für unsere Chloe. Klingt interessant. Ja. Ihr könnt gerne mal, ich speichere gerade alle Sims von Lily, wie auch fleißig. Ihr könnt gerne, wenn ihr Lust habt, auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da wisst ihr dann nämlich, worum es überhaupt geht und wer die liebe Chloe und unser Hauptcharakter überhaupt ist. Denn, wenn ihr den ersten Teil der Black Widow Challenge anschaut, da ist der erste Teil ein Trailer und da wisst ihr, warum Chloe so ist, wie sie ist. Und ja, du benutzt jemanden, sie ist sehr sympathisch. Ja. Ja, ja. Ohne Custom-Content gibt es keine Sims bei mir. Also es ist schrecklich. Ich bewundere die Menschen, die mit, also ohne Custom-Content auskommen. Nochmal kurz für alle, die es wissen wollen, New Dawn is rising Stone-Keepers-Feed Christine Smith. Ah, hast du es gefunden? Dankeschön. Du bist ein Schatz, Sonnenblümchen. Du bist ein Schatz. Genau. Denn, äh, die liebe Chloe hat einen sehr harten Schicksalsschlag am Anfang ihres Lebens erleiden müssen und deswegen ist sie nämlich von ihrem Charakter so, wie sie wurde und deshalb wolltet auch ein Vampir werden. Also nicht ohne Grund, die liebe Maus. Ja. Und wenn ihr es gerne wissen wollt, guckt euch gerne den Trailer an. Dann seid ihr auf dem neuesten Stand und dann könnt ihr komplett in die Story mit eintauchen. Dü-dü-dü-dü. Ah. Genau. Und diese Sims sind jetzt aus der Community. Ähm, der Sim ist jetzt von Livia und die stylen wir jetzt um, damit wir unsere Stadt ein bisschen mehr füllen können für unsere Black Widow Challenge. Und, ja, das war's auch schon. Also spielen wir eigentlich die Super Sims Challenge, nur dass der Super Sim auch eine Black Widow ist. Genau. So ungefähr, Arta. Im Prinzip so ungefähr. Also sie ist alles. Also sie will, sie will alles können. Die Maus. Sie will alles können. Also es wird eine Herausforderung. Ich bin echt gespannt, wie wir das umsetzen. Tatsächlich. Wir haben gesagt, sie ist so ein bisschen der süße Vampir. Also sie wird auf jeden Fall eine Freundin von unserer Chloe werden. Und sie ist eher so der süße, zurückhaltende Typ. Unsere Chloe ist ja eher so ein Haudegen. Das ist so schönes CC. Dankeschön, Willenchen. Danke. Kann man Sim auch mitmachen. Jetzt nicht mehr, Matze. Jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt schon bald am Ende. Denn wir streamen jetzt schon so lang. Aber nächstes Mal gerne. Nächstes Mal sehr, sehr gerne. Ihr könnt eure Sims gerne aufheben für nächstes Mal. Und dann schauen wir uns gerne wieder neue an. Habt ihr kurz Follows dargelassen? Dankeschön, Eva. Vielen, vielen Dank. Wie verdient man am besten Geld bei Rex2Ridges? Sammeln? Blumen? Malen? Wenn Chloe alles will, dann will sie vielleicht 100 Babys. Guter Einwand. Nein, wir haben vorhin gesagt, wir machen eine 100 Baby Challenge allerdings mit einem Mann. Wir drehen den Spieß einfach mal um. Wir machen die 100 Baby Challenge mit einem Mann. Ich bin ja wirklich gespannt, wie das wird. Also ich freue mich schon drauf. Oh mein Gott, das ist so süß. Guck mal. Durch einen Garten, ja. Durch einen Garten ist immer gut. So, Speed Umstyling hier, damit sie nicht ganz untergeht, das Mädel. Irgendwas auch putziges. Irgendwas süßes. Nee, das ist nicht süß. Das ist nicht das, was ich meine. Oh, eine Kuh. Ach, wie süß. Nee, ich glaube nie. Nee. Irgendwie sieht das komisch aus. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Irgendwie merkwürdig. Schade, weil eigentlich ist es süß. Auch wieder die Kuh. Ist auch gullig. Ja, der ist ganz gullig. Wo holst du deinen Sissi? T.S.R. Viel Patreon. Viel einfach eingegeben. Sims 4 Rock. Und dann kommen solche Sachen. Also, ja. Sepp der Wilde will 100 Kinder, die Chloe ihm nicht geben. Konnte Chloe? Wie kommst du jetzt auf Sepp? Hauptsache nicht mit Sepp. Nein, nein, nein. Sepp hat Lola. Sepp ist, äh, ist schon unter der Haube. Ich bin immer noch so traurig, dass ihr so ein Sepp-Hasser seid, ne? Sepp ist so cool. Ich liebe Sepp. Oh mein Gott, wie süß ist das? Das steht hier einfach so gut. So, meine Lieben. Ich sollte echt mal in den Wald. Muss morgen früh raus. Ich wünsche euch einen schönen Rest. Streamy seid brav und eine gute Nacht euch ein. Ich wünsche dir auch eine wunderschöne Nacht, liebe Sonnenblümchen. Vielen Dank, dass du da warst. Schlaf gut, träum süß. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Und dann bis bald. Oh, ich verwechsel Lola und Chloe, weil ich noch nicht so lange dabei bin und ich beide Sims vielleicht dreimal gesehen habe. Katastrophe. Ne, ähm, Lola ist mit Sepp zusammen. Und Chloe ist unsere Maus, die jetzt, die ihr jetzt da seht. Sepp der Depp oder ein anderer Sepp? Mann, nein. Sepp ist doch... War Sepp der mit den Flügeln in der Dusche? Ja, das war Sepp. Seid nicht so gemein. Ich muss auch schon los. Bin hundemüde, wünsche euch noch einen schönen Stream, ihr Lieben. Nadine, vielen, vielen Dank für deinen Rate. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und danke für dein Follow. Dankeschön. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Schlaf du auch gut und auch an dich ein Herzchen. Danke, 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 danke. Ich schließe mich Sonnenblümchen an. Tschüss und gute Nacht. Tschüss, Livia. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Livia, auch gute Nacht. Träum süß, ja? Schlaf gut und träum süß. Sepp hat sich nicht unter Kontrolle. Doch, Sepp ist ein Süßer. Ich mag den Joker. Team Joker? Wie kommst du auf Joker? Joker-Meiße. Hier, guckt mal. Süß! Können wir da irgendwas drunter ziehen, dass wir das auch wirklich tragen können oder ist das jetzt einfach too hot in the club? Oh! Nee, 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 nee. Ja. Guckt mal, Mensch, süß! Können wir das lassen oder ist das zu hart? Das sah aus wie Joker vor der Hochzeit. Stimmt! Ist er? Ist er immer noch? Ist er immer noch? Das war sein Halloween-Kostüm von Sepp tatsächlich. Können wir das lassen oder ist das zu crazy? I mean, why not? Soll ich eher einen Hund oder eine Katze zum Vampir machen? Lassen, okay? Wie du möchtest. Wie du möchtest. Wie du möchtest. Wie du möchtest. Hölle, die Waldfee, du. Hölle, die Waldfee. Ah, ja. Aber das ist doch eigentlich ganz nett, oder? Wobei ist er schon... Prrrr. Lassen. Katze! Wir sind ja bei Abendkleidung. Das steht ihr gut. Das ist süß. Guckt mal, das ist süß. Das ist schön. Es ist schön. Es ist wunderschön. Jukiko, herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Hallo. Ja, ich würde sagen, es ist gut. Es ist schön. So, wo wollen wir die Mäusis einziehen lassen? Ich würde vielleicht sagen, dass wir zwei Stück in dem einen Haus einziehen lassen und die anderen in dem anderen Haus einziehen lassen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Dann können wir die... Die heißen einfach Menal wegen Sonnenblümchen. Oh mein Gott. Ja. Dann, passt auf, dann machen wir es so. Dann trennen wir die. So. Oh mein Gott. Janine, falscher Knopf. Upsi. Du bist ja noch da, bist ja gar nicht in den Wald verschwunden. Hä? Wo kommen jetzt die Landgraubs? Okay, einmal neuen Haushalt. Die gehören zusammen und die gehören zusammen. Ganz genau. 5000 Emolien. Drüber. Okay. Und dann würde ich sagen... Jetzt heißen die Schneider und die Menal. Okay, alles klar. Gar kein Problem. Die Menals kommen dann nach Forgotten. Hallo? Äh, wo ist es nochmal? Da. Da. Hier an. Free real estate. Free real estate on. Ganz genau. Da müssen wir dann noch das Haus ändern und so. Aber das machen wir dann noch. Und sie dann auch zu... Ja, ja. Jetzt aber kann mich doch nicht von euch trennen. Aber bald erschlägt mich jetzt ein Ast. Also tschüss. Tschüss, ein Blümchen. Wir gehen jetzt... Wir machen jetzt sowieso auch Schlussi. Schlussi, Schlussi. Und die anderen lassen wir nach Strangerville ziehen. Weil... Why not? Die Schneiders. Nee, die müssen doch Menal heißen. Du bist phänomenal. Perfekt. Wo lassen wir die einziehen? So eine Fabulous. Die lassen wir da einziehen. Müssen wir halt auch noch ein Haus hinstellen. Aber es ist ja nicht so schlimm. Irgendwie ist mein Hund weggelaufen, aber er ist noch bei mir und läuft nicht weg. Ja, kenne ich Paulina. Es ist einfach ein Bug. Einfach ein Bugli. So. Dann gehen wir jetzt einfach noch mal zu Chloe, dass wir die Maus noch mal sehen. Damit ihr wisst, um wen es sich hier handelt. Und dann, äh... Ja. Beenden wir jetzt den Stream hier auch. Und auch dieses Video, weil es hört nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf. Vorsicht. Das Haus ist zwar ein Nexus, aber dort spawnen eine automatische Nürburgrinze. Echt? Gruselig. So. Können wir jetzt... Das machen wir jetzt noch. Ach nee, das... Wo ist denn ihre Freundin? Sie hat hier eine Freundin. Wo ist sie denn? Da. So, wir fügen die jetzt mal zu einer Gruppe hinzu. Und zum Schluss gucken wir uns jetzt noch einen Vampirkampf an. Zusammen hier hingehen. Und dann beenden wir den Streamy. Während sie stinkt. Ganz toll. Sie stinkt? Kommt die andere auch? Ja. Aber sie wieder nicht. Aha. Hier hingehen bitte. So. Und... Freundlich. Ich hoffe, das geht jetzt. Weil wir wollten vorhin doch schon einen Vampirkampf machen. No! Ja. So, und das... Das hier ist unsere Chloe. Ich liebe sie. Sie ist so cool. Spawn in! Spawn in! Auch wenn man alles entfernt. Oder zumindest war es früher so. Oh mein Gott. Ist ja richtig gruselig. So. Ein Vampirkampf. Zum Schluss. Ich liebe das. Ich finde diese Animation so cool. Ich liebe es. Yay! Und mit diesem wunderschönen Anblick beenden wir jetzt das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr den habt. Oder wenn ihr Sims habt zum Hinzufügen oder sonstige Sachen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!